Nee, 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 alles, alles nicht. Ihre Chatbots ausgemacht, irgendwie Kanalpunkte währung können, bevor es Kanalpunkte gab. Naja, genau, da haben ja einige, diese Standardbots hatten ja immer diese, äh, diese Glücksspielsachen. Von wegen, dass du Punkte setzen kannst und hinterher... Also, irgendwie, irgendwas war da anders als an den, äh, Vorhersagen. Bei den Bots. Achso, weil du Preise verdienen kannst, du darfst keine Preise verdienen. Ähm, das ist nämlich noch eine Extra-Regelung, aber die hat, glaube ich, nichts mit, äh, Glücksspiel zu tun. Aber du darfst sozusagen keine glücksspielgebundenen... Nee, ne, oder? Ist es doch doch mit Glücksspiel verbunden? Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, du darfst halt eben keine, sozusagen, diese, äh... Durch Glück an Preise kommen oder sowas. Irgendwas war da noch. Ach, ach, ich weiß es auch nicht mehr. Was weiß ich? Wir scheißen ja hier eh auf alle Regeln, also. Können, können, können wir ja meistens auch gambeln, genau. Funktionen haben super viele deaktiviert, ja, genau. Genau, genau. Irgendwas war da, ja. Giveaways und so, ja, genau. Apropos. Ist eigentlich ganz witzig, nee, musst du nochmal reinlesen, wie das genau ist. Aber ich bin da mittlerweile in so einem kleinen Streamer-Netzwerk mit drin, jetzt seit einer Woche oder was? Seit zwei. Ähm, und dadurch, dass ich Mitglied bin, sammelt ihr auch alle schon automatisch Punkte, die dann perspektivisch später auch für, äh, Giveaways etc. verwendet werden können. Warte mal, ich muss mal ganz kurz noch was machen, glaube ich. Oder? Habe ich das schon gemacht? Habe ich noch nicht gemacht. Zack. Ach Göttchen. Ja, mach mal. Nein. Ja, äh, mach mal. Gleich da, dann können wir gleich starten. Genau, ich habe den King heute gefragt, ob er Bock auf Tui hat, aber er macht lieber was anderes, so. Nein, Quatsch. Also, macht er, aber ist nicht schlimm. Ganz im Gegenteil, und da habe ich dann aber so ein bisschen, na, dann hätte ich mich spontan für Elex dann doch entschieden. Damit wir hier mal Level 30 werden und dann werde ich irgendwann Commander. Dann bin ich irgendwann, bin ich der Commander hier. Naja, gut. So, weggeklickt hier. Auf Networking an sich habe ich auch keinen Bock, aber auf ein Netzwerk oder quasi Streamer-Team habe ich schon Bock, weil das verschiedene Vorteile mit sich bringt. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Also, ich habe keinen Bock, mich da mit anderen Leuten großartig auseinanderzusetzen und irgendwie, was weiß ich, Events zu veranstalten oder sowas mit anderen Streamern. Das ist halt noch nicht so meins. Also, nach wie vor nicht so meins. Ich bin da jetzt auch keiner, der jetzt großartig irgendwie versucht, woanders auf sich aufmerksam zu machen, aber das ist halt einfach ein Netzwerk. Also, das Substantiv quasi von, also ein Zusammenschluss von Streamern und entsprechend Zuschauern, die dann halt eben entsprechend Anreize, Vorteile haben, wie auch immer. Und am Ende sollen da dann halt, was weiß ich, dass die Chancen dann halt einfach höher, dass du Sponsorenverträge kriegst und so ein Kram alles. Und dadurch, dass da der Einstieg relativ simpel war und wie gesagt, die haben wir dann auch, äh, dann gleich, äh, na, was wollte ich sagen? Achso, na, durch die kam ich dann ja auch auf diese Streamcord-Discord-Bot-Geschichte und sowas. Und daher hat sich das dann, ja, keine Ahnung, ganz gut angeboten einfach. Vor allem halt eben ohne vertragliche Bindung erstmal noch und so weiter und so fort, sondern erstmal nur dieses, ihr befindet sich im Aufbau-Ding und, äh, ja. Kann man mitnehmen, erstmal. Das ist halt die Frage, ne, wenn, also, ich glaube, viele kommen auf die Idee, ist halt eine relativ naheliegende Idee, so, ne. Aber es ist halt die Frage, wie, also, ob die Person das dann halt eben auch richtig durchsetzt und irgendwie, da dann halt auch das entsprechende Durchhaltevermögen hat, ähm, sich damit dann weiterhin auseinanderzusetzen. So, was ist denn mit der Ladezeit heute los, ey? Aber ja. Ja, ist eigentlich ganz dufte, wie gesagt, halt ohne Verpflichtung in dem Sinne. Ist halt ein Discord-Server, ein extra-Discord-Server, ich bin da grundsätzlich irgendwie nicht so ein richtiger Fan von. Ich bin gerade auf dem Toaster, ja, umgerüstet jetzt. Ähm. Aber gut, keine Ahnung, gibt Leute, die haben irgendwie 50 Discord-Server, an denen sie beigetreten sind. Und ich weiß ja nicht, ich mag das schon nicht, wenn ich irgendwie links in der Server-Liste scrollen kann, quasi. Aber ja. Alter, der lädt aber echt lange heute. Na gut, wird schon. Ja. In-Game gleich irgendwie 2 FPS oder so, läuft alles wieder nicht. Das wäre super, weil gestern kam halt auch Dings, Nvidia-Grafiktreiber-Update. Ei, ei, ei. Naja, genau, mache ich halt auch. Bin halt nur in so ganz wenig Ausgewählten noch drin. Das finde ich dann halt immer so ein bisschen schwierig. Aber gut, Discord ist halt einfach so der Way-to-Go, glaube ich, so im Gaming-Kontext zumindest. Alter, okay. Warum hat das jetzt so ewig lang gedauert? Wir haben beim letzten Mal übrigens Akt 2 erreicht, ne? Also nur, nur sagend. Jetzt gibt's wahrscheinlich neue Gegner oder so. Aber ja, wir haben fucking Akt 2 jetzt erreicht. Krass, oder? Hier, Zellhofen. Die Gebiete auf der... Das ist wieder so das Ding, ja. Also Discord ist quasi so dieses... Na, wie sagt man? Ja, ich finde halt so ein bisschen die Reddit-Lösung finde ich schon angenehmer fast schon, ja. Da kann ich mir ein Multi-Reddit erstellen. Schmeiß da die Sachen rein, die mich interessieren. Benennen den Container irgendwie. Und dann gucke ich halt da rein. So, und dann kriege ich halt meine Nachrichten in dem Sinne. Oder halt irgendwie die Informationen, die ich halt da haben möchte, zu einem Thema. Und da ist es dann halt immer so, ähm, hier hast du irgendwie einen Server für irgendeinen Streamer. Da hast du dann einen Server für einen anderen Streamer. Da hast du die eigene Streamer-Discord-Server-Geschichte. Da hast du dann das für den Streamer-Bot quasi, den ich ja nutze. Dann hast du dann noch für die Twitch-API gibt's einen eigenen Discord-Server. Äh, und so weiter und so fort. Ja, wenn man sich dann halt so denkt, okay, jetzt hast du wieder so tausend verschiedene Sachen. Die man eigentlich gar nicht so richtig will, aber ja. Also, ne, wo man dann halt irgendwie wieder weiß oder wissen muss, okay, wo gucke ich jetzt irgendwie rein, um welche Informationen zu kriegen und so. Das ist immer so ein bisschen dieses... Das ist nicht ganz das, aber es geht so ein bisschen in die Richtung quasi. Ich hoffe, man weiß, was ich meine ungefähr. Also, ein bisschen muss ich zumindest dran denken, wie dieses, oh hier, jeder Zweite macht jetzt seinen Streaming-Dienst auf. Und, äh, du musst erst mal gucken quasi, wo welcher Film überhaupt zur Verfügung steht. Bei welchem Streaming-Dienst und hast du das überhaupt und... Und Pipapo und was weiß ich. Oh, oh, oh. Und so, ja. Ah, nice, das Ding haben wir ja vorhin, glaube ich, schon mal, oder beim letzten Mal schon mal gecleared. Ach, hier. Nice, die Bücher sind respawned. Geil. Alter, die sind mittlerweile Two-Hit. Wenn ich dran denke, wie lange wir damals an dem Vieh gesessen haben und dass ich da noch versucht habe, das Vieh da hinten hinzulocken, damit der andere da draufkloppt. Und ich irgendwie One-Hit war von dem Ding. Ist das schon echt abgefahren, ey. Aber ja. Ja genau, es hält mir Forum, ja. Aber ich mag halt, ich meine, ich bin halt auch so ein altes, äh, Wesser. So ein älteres Internet-Kiddo. Wo zeigt denn der Pfeil hin? Da, oder was? Ja. Ähm. Und Thorn waren für mich so ein bisschen so die erste Internet-Community-Geschichte. Und irgendwann war es halt ätzend, in 30 Milliarden verschiedenen Thorn aktiv zu sein. Das hat sich dann zum Glück halt gewandelt durch Reddit. Ähm. Was ich dann halt eben ganz, ganz angenehm finde. Ne? Aber ich hab halt immer nie diesen... Diesen Schritt... Quasi zu... So voll zu Discord quasi geschafft, in dem Sinne. Also ich würde immer noch... Ein vernünftiges Forum würde ich jederzeit bevorzugen. Was halt ordentlich strukturiert ist, wo du irgendwie... Ne? Wo halt Leute irgendwie einfach da ihre Beiträge schreiben können und keine Ahnung was. So das würde ich jederzeit bevorzugen. Gegenüber so einem schnelllebigen Discord-Ding. Wo jeder einfach irgendwie, wenn überhaupt, seine ein, zwei Nachrichten irgendwie reinhackt. Und das war's dann quasi. Alter, Genrohver. Das sind aber neue Viecher. Ich glaub ich kann sogar irgendwie schweben jetzt. Ich weiß aber nicht wie. Ne, so ist das. Ah hier, guck mal. Aber ich kann nicht zuhauen. Danke. Oh, ich kann natürlich wieder meine Magiewaffe nicht benutzen hier. Wäre auch zu schön gewesen. Für der Puma, ja. Hey, guck mal. Ah yeah. Noch ein brauchbares DNA-Fragment des Gyaniden. Das artet langsam in Arbeit aus. Ach man ey. Das sind halt so das Ding. Na gut, meine Kontakte waren auch über Skype und sowas. Und dann, na gut, Teamspeak hat sich bei mir tatsächlich auch nie so richtig etabliert. Da gab es immer so ein, zwei Server, wo man irgendwie immer mal so ein bisschen mit drauf war. Ab und an mal, wenn mal irgendwas anstand halt. Aber das war nie so... Hatte nie so ein Stamm-TS oder sowas. Das war nie so meins. Tatsächlich. Aber also ich meine für allgemeine Informationsbeschaffung quasi. In irgendeiner Art und Weise. Ich hatte immer, es gab immer irgendein Forum für irgendein Spiel. Oder für irgendein Franchise oder was auch immer. Ich weiß nicht, halt Star Wars Forum gab es sicherlich auch. Ich war damals ja nicht so gejuckt, aber ja. Und dann halt hier, keine Ahnung, Elite-Pvp. Es gibt ja heute noch das Forum. Für alles mögliche, so im Gaming-Bereich und so. Wo man dann halt eben unterwegs war und halt alle möglichen Informationen einfach gebündelt, gefunden hat und irgendwie gleich erfahren hat. Ah, hier. Mensch, da kommt übrigens bald das und das Game raus irgendwie. Und hast du da und davon schon mal gehört und so. Und das war dann halt immer so ein bisschen mein Jam. Oder ist ja immer noch mein Jam. Ich habe ja halt eben auch mein, meine, meine Multi-Reddits. Was bist denn du, Alter? Gut, Teufel. Meines Multi-Reddits entsprechend. Boah. Guck mal hier. Entsprechend eingerichtet. Oh, hallo. Alter, Junge, ey. Kannst du mal bitte irgendwie... Genau, trink mal einen Schluck. So, pass auf. Jetzt. Immer so, dass ich da eben gleich gebündelt... Oh, ha, komm, ey. Was ist denn hier los? Erstmal wieder... Klar, komm, ey. Hab ich hier kleine Eiltränke oder was? Oh, Gott. Komm, trink nochmal einen. Ich glaube, da drüben pünkt auch noch ein Vieh. Geil, ey. Akt zwei Viecher auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, genau. Das ist immer so mein, mein Jam auf jeden Fall. Wo man dann immer so nicht unbedingt teilnehmen muss an der ganzen Geschichte. Aber man kann halt, wenn man möchte. Kann man dann irgendwelche Beiträge schreiben und sich irgendwie daran beteiligen und das weiß ich. Nicht alles hundertmal geiler. Als, äh... Diese Chat-Geschichten, wo halt irgendwie ein Tag später... So ist das halt wieder vergessen und, äh... Ich weiß nicht, ein Tag... Oder quasi zwei Tage später fragt dann halt der Nächste wieder dieselbe Frage, so. Nice. Warte, die geben auch XP in die Viecher hier. Also... Na gut, ich glaube, immer so ein Gewohnheitsding wieder, ja. Ja, ja, ja. Ich muss aktuell noch vorhin fragen. Es sind Autofragen. Okay, dein erster Auto könnte es mir auch machen, dass man irgendwie hundert Beiträge durchlesen muss, weil die leuchtet werden, indem ich ja Halbwissen an Worten gebe. Ja, gut, das... Das, äh, gibt's natürlich dann halt auch, ja. Hallo? Was soll denn das jetzt hier? Was sind das für Viecher, ey? Der droppt nicht mal ne Leiche, oder was? Ei, ei, ei. Aber das... Da hast du auf jeden Fall recht. Da ist halt auch viel Müll dabei. Das ist natürlich der große Nachteil, ja. Da ist dann natürlich... Da ist halt, wie gesagt, Reddit ist halt so ein bisschen die... Die nächste Evolutionsstufe von vorhin, so. Finde ich immer so ein bisschen. Ähm, warte mal. Jetzt muss ich das rühren. Doch, das geht. Aber das geht nicht. Ich kann keine Magie verwenden in der Luft. Mann, Leute, ey. Wenn sie das vorher... Das ist auch wieder so ein Ding, ja. Wenn sie das vorher irgendwie gesagt und so, dass es irgendwie klar wäre, wäre das kein Thema gewesen. Aber so... Sagt doch halt... Schreibt doch irgendwo rein. Ah, hier, außer die und die Sachen. Dann skilt man das doch gar nicht erst. Ja, was soll ich jetzt mit dem Skill? Aber ne, bei Reddit hast du ja in den Kommentaren diese Sortierung nach Relevanz und sowas. Und generell, es gibt ja auch mehrere modernere Forenansätze. Wie halt hier Discourse und, äh... Discourse. 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 Also auf Englisch. D-i-s-c-u-u-r-s-e. Ähm. Ähm, wo du halt direkt immer sehr gut, äh... relevante Antworten dann, äh... Mitkriegst oder rausfindest, weil da halt eben die helfende Antwort auch gleich als Antwort markiert werden kann. Und sowas halt alles. Und das ist dann halt eben super angenehm. Ist ja bei Stack Overflow quasi ähnlich, wenn du da irgendwie, äh... Einen Beitrag hast und irgendjemand hat dazu eine Lösung halt reingeschrieben, dann... Ist eben... Kann man beim Hammer in der Zrenke sagen? Ja, das stimmt. Ja, das ist natürlich ein Vorteil. Ähm, dann ist da halt die Antwort auch gleich markiert entsprechend. Fuck. Ähm... Was halt super angenehm ist einfach. Aber ja, es gibt halt viele von diesen klassischen alten Foren, wo das halt noch nicht ganz so schick ist. Ist dann wieder so die Frage nach Moderationsarbeit, ob die Leute da sich wirklich da reinknien. Und, äh... Halt eben das Forum nachhaltig auch pflegen. Was halt oft nicht passiert. Nicht da so. Es gibt ja ein großes Streamer-Forum. Ein deutsches. Screamtalk.de Ähm... Das heißt ein großes, ja. Nicht sonderlich aktiv sind irgendwie am Tag immer so 10 Leute da. Aber hey. Ähm... Und das ist halt so vom Entwickler selber steckt halt ein Typ hinter, der das betreibt. Pff... Keine... Keine Spur so. Ich glaub der hat irgendwie das letzte Mal vor x-tausend Jahren da mal irgendwas reingeschrieben. Und das ist dann wieder so ein Ding so, wo ich mir so denke, hm, naja, dann such dir doch irgendwen anders, der da halt Bock drauf hat, das zu pflegen so, ja. Weil dafür ist die Seite halt bekannt, auf jeden Fall. Und, äh, ja. Hat halt schon ziemlich viel Reichweite, weil sie ja eben doch einige tausende registrierte Nutzer haben. Das große Ding ist immer so ein bisschen... Foren und sowas alles sind alles, alle immer auf Englisch. Was, was für mich nicht schlimm ist, aber ich find das halt krass. Früher gab's halt... Äh... Also, wie gesagt, gibt's ja heute alles noch, ja, aber es ist halt ziemlich tot. Es ist halt kaum noch aktiv. Ähm, halt auch Let's Play Forum oder sowas ist halt auch deutlich kleiner geworden oder deutlich weniger aktiv. Ähm, das Ganze ist mittlerweile gefühlt komplett ausgestorben, so. Früher hast du für jeden Kram ein deutsches Forum irgendwie gehabt. Äh, mittlerweile eigentlich... Also, musst du schon suchen irgendwie überhaupt deutschen Content irgendwo mal zu finden. Ist schon irgendwie krass, wie sich das halt auch entwickelt hat irgendwie. Das war früher halt auch noch mal ein bisschen anders. Naja, genau. Ich wollte das irgendwie nicht verstanden, dass wir irgendwas haben. Ja, ja. Okay. Was auch immer. Das ist auch immer so das Ding. Oh. Irgendwo war ja noch ne Leiche, die ich nicht gelootet hab. Da vorne, oder was? Ja. Ach ja, die Ratte. Okay. Moment. Das ist halt so das Ding. Alter. Auch echt mehr Treibstoff, ey. Ich hab nicht gedacht, dass es immer noch so schnell leer geht, obwohl ich da irgendwie schon 20 mal Treibstoff reingepumpt hab. Ey, komm. Ah. Naja, find ich so ein bisschen schade. Mein Discord hat ja mittlerweile auch ne Foren-Funktion. Und das ist dann halt wieder so ein Ding, was ich ganz nice finde. Ähm. Das wär halt dann nochmal so ein Ding. Wie gesagt. Finde ich halt. Ich würde tausendmal lieber eher bevorzugen. Aber es ist halt alles immer so breit gefächert, weißt du. Jeder will halt seinen eigenen Server haben. Und jeder will so ein bisschen, weißt du, sich selber ausleben quasi. Früher hat man sich eher, ich weiß das auch nur so Wahrnehmungsdinger. Aber aus meinem Empfinden heraus hat man sich dann früher halt eher mit dem zufrieden gegeben, was man halt irgendwie hatte. Einfach, weil, wie gesagt, so Computer-Base war und ist wahrscheinlich so, dass der, der der große Anlaufpunkt für alle möglichen Fragen in Richtung Computer und irgendwie für neue Informationen dazu und sowas, ja. Und ja, sicherlich, irgendwie war da nicht immer alles optimal, aber, oh Gott. Mittlerweile ist halt so, okay, du hast jetzt irgendwie, äh, IT-Nerd Nummer 1 bis 2000 hat einen eigenen Discord-Kanal für seine eigene Follower-Schaft, weil jeder seinen eigenen Shit-Held macht so. Das ist immer so ein bisschen das Ding, ja. Ah doch, na, ich schon. Ich hab da schon irgendwie so ein, zwei Foren, wo das gut genutzt wird. Aber ist ja auch noch ein relativ neues Feature. Ich hab ihn noch nicht vergessen. Das ist ja wahrscheinlich auch überhaupt nicht so richtig etabliert. Weil generell, muss ich eben auch sagen, es gibt wenige Server von denen, denen ich, äh, beigetreten bin, die überhaupt Foren drin haben. Aber oft, äh, die, die eins haben, da sind die eigentlich dann auch, werden die schon genutzt. Oh Gott. Oh Gott. Hört echt wenig aus, ey. Naja, eben. Wir haben eine Glaskamera. Wir haben auch nichts in... Dings reingeskillt. Aber ich hab halt gehofft, dass irgendwie Rüstung irgendwie ein bisschen... äh, was bringt. Und... Mir ist das scheinbar nicht ganz so. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die... Gerade die Viecher hier... Die Viecher hier... Na komm, bestimmt. Ähm, sehr viel... Äh, Armor-Penetration wahrscheinlich haben. Könnte ich mir vorstellen. Was ist denn das gerade für ein Geräusch? Ja, das klang grad so voll nach... Keine Ahnung, Jetpack-Kram irgendwie. Oh ja. Geil, ey. Wir haben tausend neue Viecher hier. Das fetzt. Oh ja, mal gucken. Schade, dass das kein... keine Lächer droppt. Interessant. Ich sollte nun genug Material für Dawkins' Forschung des dunklen Elix haben. Es wird Zeit, dass er endlich braucht, weil er die Ergebnisse vorbeisieren. Ja, ja. Und sonst, ey, heute war ein ganz schön actionreicher Tag auf jeden Fall. Aber ich hab jetzt alles geschafft, was man... und gemacht, was man machen sollte. Aber hey. Zwei Monate dann noch. Hihi. Oh, nice. Treibstoff. Ich freu mich, hab heute echt auch den schlimmsten Tag überhaupt erfischt, sag ich mal. Weil die eine hat Abschlussprüfung gehabt und hat irgendwie noch einen ausgegeben. Und irgendwie jeder war halt da im Büro heute. Es war halt super ungünstig, da halt irgendwen zu erwischen. Naja. Hab's geschafft, war auch alles irgendwie entspannter als erwartet in dem Sinne. Na, hab mir da ein bisschen mehr... mehr in den Kopf gemacht wieder, als es irgendwie... als nötig war. Auf jeden Fall. So wie immer. Alter. Was war das grad? Oba. Ist irgendwie hochgesprungen, hat irgendwie einen Stein geschmissen und ist dann wieder eingetaucht, oder was? Naja, genau. Ich hab mich nackt ausgezogen. Ja. Nein. Quatsch. Ich hab direkt mit dem Chef... geschnappt. Und es dann so direkt persönlich auch übergeben. Und dann jeweils nochmal... mit ein paar ausgewählten Kollegen... äh... gesprochen. Oder die darüber schon in Kenntnis gesetzt. Und ja. Ist alles... Hallo. Oh, lass mal... lass mal los hier. Oh nein, ich kann das hier nicht looten. Ohhhh. Wird mein E-Lex verweigert. Guten Morgen, eure Lordschaft. Ah, Uzi. Mensch, ey. Ausgeschlafen, oder was? Nice. Wie geht's dir? Ich war den ganzen Tag heute komplett unter Strom und angespannt und kein... Ahnung was, ey. Naja. Jetzt mittlerweile komm ich so langsam wieder zu. Wird aber auch Zeit, ah. Das klappt nicht mehr. Ich glaub auch, ey. Oder hat's neu definiert mittlerweile. Ausgeschlafen ist schon... eine Stunde durchschlafen, oder so. Komm, hier oben ist doch garantiert, hier muss doch irgendwo was sein, ey. Kann ja nicht sein hier, los. Was? Dann muss das doch mal... Ihr müsst doch irgendwie immer hinter einem Wasserfall irgendeine Höhle packen. Ach hier. Hinter irgendeinem Wasserfall muss das sein. Macht man einfach sowas. Gehört sich auch einfach so. Boah. Aha. Ah. Fuck. Ey, ey, ey. Oh, nice. Darum sind bestimmt Spinnen. Die können wir noch killen, dann. Oh. Kein Mute-Knopf. Ah, das wär nice, ey. Hier war das Real-Life-Muten. Das ist viel Toxic Waste. Aber guck mal hier, hinter gibt's... Da gibt's auf jeden Fall noch Stuff. Oder? Na gut, da hinten sieht's schon so langsam so aus, als ob's dann nicht mehr so richtig... ...gut modelliert wurde, quasi. Wollen wir mal schauen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier vorne was ist, oder? Oh Gott, hier wird's auch arschkalt. Okay, wenn zumindest so kleine Items drin wären. Ach du Scheiße. Alter. So sehr tut also Frost weh, ja? So sehr tut das bei den Gegnern aber nicht weh. Ach, schade. Nö. Entkauft, dass da irgendwas drin ist. Na gut, ich kann mir vorstellen, dass da einfach irgendwie nicht ist. Ei, ei, ei. Na toll. Hallo. Du. Ah. So, Spinner. Weg mit dir. Das war's mit dir, du. Mist weg. Fünf Level noch, ey. Dann sind wir zumindest erstmal Level 30. Aber ich glaub Intelligenz auf 65, oder was das war? Äh, 85, glaub ich, ne? Was brauchen wir hier? 85, ja. Noch neun Stück, ey. Zwei pro Level. Ah. Dauert noch ne Weile. Außer wir können uns irgendwann mal Tränke brauen. Oh, warte mal. Ich brauch ja diese Dings, äh, Teile, oder? Guck mal, Dings hab ich ja richtig viel. Warte, warte, warte. Was brauchen wir dafür? Geschick Intelligenz. Eines Behemoths. Hm. Guck mal, hier, Attributspunkte können wir uns auch nochmal sechs holen. Wir können so ein bisschen, so ein bisschen schummeln. Das ist ein kleines Vorteil, können wir uns holen. Aber ich geh dann erstmal da drüben hin. Weil, wir müssen jetzt auf jeden Fall die ganzen Skirniden-Dinger wieder upgrinden hier. Schreik, ich hab mir schon spät. Ähm. Weil da bestimmt wieder ein Haufen Behemoths gespawnt sind, hoffe ich. Jo, nice. Dann schon mal gute Nacht, Blöbi. Und viel Spaß beim One Piece gucken. Hast du dir das neue Game mal angeguckt? Wenn ich bezweifle, dass es was für dich ist, aber wer weiß. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht, äh. Magst du es ja? One Piece Odyssey. Odyssey. Odysseus. Oh, natürlich kotzt er mir direkt ins Gesicht hier mit seiner Scheiße. Noch ein Moloch? Ah, ne. Ah, so ein Abscheulich irgendwie. Oder wie die Finger hieße. Ein Scheusal. Ah, nice, ja. Ich fand das eigentlich ganz lustig aus. So grundsätzlich, aber... Ich steck jetzt halt auch nicht so sonderlich in One Piece drin oder so. Das ist jetzt zumindest für den Neupreis erstmal nicht für mich in dem Sinne. Ist so mit Rundenkampf und sowas. Dann rennst du halt rum, hast halt irgendwie die Welt und alle möglichen Charaktere davon und bla bla bla. Und dann hast du halt so Rundenkämpfer. Aber nicht so Final Fantasy mäßig irgendwie glaube ich. Sondern eher... Anders. Oh, alter. Tresor, wir können gleich wieder hacken. Brauchen wir geballte Brainpower hier. Hatten wir schon lange nicht mehr. Okay, größer, größer, größer. Also 9, 8, 7, 6. Erstmal. Okay, 9 ist schon mal richtig. Alle anderen sind falsch. Okay. Also 9 ist schon mal richtig. Ja gut, da läuft ja nicht mehr viel, oder? Okay, 3, 1, 0. Ja, 3, 1, 0. Muss ja sein dann. Braucht eure Brainpower gar nicht. Ach guck mal, hier waren früher, damals in Elex 1, die ganzen Schrottsammler glaube ich. Die, die hier... Also so ein geheimes Außenlager, die irgendwie sich loslösen wollten von den Outlaws. Das müsste hier gewesen sein. Das ist doch noch viel da hinten. Alter. Was sind denn die Lobs, ey? Warum seid ihr denn alle auf einmal so aggro? Alter. Okay, das ging es mal mittlerweile echt ganz schön Damage. Nee. Unlimited Power, mein Freund. Das hat natürlich nicht geprockt. Alter, 3 Elex Profi, ey. Wir sind alle Scheusal. Schon geil. Oh, warte mal. Die Ratten müssen wir auch nochmal mitnehmen, ey. Ja, nice, ey. Oh. Bist du jung und gesund? Egal ob Mann oder Frau, wir suchen dich. Bewirb dich jetzt in unserem Einschreibenscenter, Infinite Skies, für eine bessere Zukunft. Ein Hacker? Was ist denn ein Hacker? Zweihändig. Oh, naja, okay. Ne, ist das schon eine Zweihänd-Axt? Oh, 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 oh. Oh. Schon gedrückt eigentlich. Oh, hey. Kann ich alles haben im Leben? Durch mich. Ich hatte beim letzten Mal Uzi, weiß nicht, ob dich das interessiert, aber vielleicht willst du ja nochmal reingucken. Äh, am Ende nochmal kurz die, den aktuellen Stand der Website da aktuell vorgestellt. Wenn dich das interessiert, kannst du da gerne mal reinschauen. Und ich habe echt Probleme quasi mit der Darstellung von Twitch-Inhalten. Das stört mich noch so ein bisschen. Beim letzten Stream am Ende. Nach Benjo-Tui müsste das denn ja gewesen sein, glaube ich. Wenn du da mal reingucken magst. Halt nicht, nicht kurzseitig quasi, sondern wirklich nur... Hier, also seht die Oberfläche gerade aus. Äh, das und das habe ich mir dabei gedacht. Ach, verdammt. Keine Helltränke mehr gerade. Ja, und da gibt es noch Lücken. Da habe ich auch einige Sachen schon wieder lösen können, was ganz geil war. Wenn es doch einfacher war als gedacht, ey. Aber ja. Manchmal ist das halt so, ne? Wenn man da irgendwie nochmal ein bisschen Abstand nimmt. Sieht einen Tag später irgendwie alles anders aus. Aber ja, ich habe jetzt aktuell das Problem. Ich labere dich einfach jetzt mal damit voll, ja. Ich weiß nicht, ob dich das irgendwie interessiert, aber hey. Ich habe sonst gerade nicht viel zu erzählen gerade eigentlich. Und ich hier am rumgreinten bin. Ähm. Und zwar... So, wir sind mal da von zwei. So. Und zwar ist ein bisschen das Problem. Ich habe ja Twitch VODs. Und ich habe einen Endpunkt auch für Twitch Clips. Auf jeden Fall, aber ja. Und ich möchte gerne auf der Startseite erstmal so die aktuellsten VODs zeigen. Was kein Thema ist. Da gibt es auch einen Typ quasi. Der mit übergeben wird. Von wegen... Also Type gleich Archive. Oder Highlight oder sowas. Dass ich das entsprechend filtern kann. Ähm. Auf den relevanten Content. Was halt ganz praktisch ist. Weil ich dadurch schon mal eine YouTube Überschneidung größtenteils verhindern kann. Ähm. So. Der große Nachteil ist aber. Ich möchte ja gerne eigentlich auch. Ähm. Was weiß ich. Die Highlights von einem bestimmten Spiel. Auf der entsprechenden Spielseite darstellen. Also angenommen du gehst jetzt halt auf Elex 2 oder so. Dann sollten da irgendwie die gespeicherten. Äh. Twitch Highlights zu Elex 2. gezeigt werden. Zum Beispiel. Das Problem ist aber. So wie Twitch die Daten... Also. Es gibt von Twitch aus sozusagen. Nur die Möglichkeit. Äh. Sich entweder die Videos eines Nutzers zu holen. Oder aber. Also. Oder. Die Videos zu einem Spiel. Aber nicht beides gleichzeitig. Also. Ja. Du kannst natürlich dir die gesamte Menge an Twitch Videos holen. Für ein bestimmtes Spiel. Und dann gucken. Ob der Nutzer der dort steht. Dein Name ist. Aber du kannst dir halt nicht. Also das Problem ist schlussendlich. Es wird keine Game ID mit überliefert. Ähm. Du kannst halt nicht. Sozusagen die Spiele von einem bestimmten Nutzer. Auf ein bestimmtes Spiel filtern. Dann. Leider. Da fehlt leider das Metadatum einfach. Und deswegen. Ja. Es ist halt irgendwie grad so ein bisschen sucky. Weil das einzige wo das halt geht sind Clips. Und da. Das habe ich jetzt beim letzten Mal noch gemacht. Dass ich da Clips zeige. Zu dem Spiel. Ich wusste auch echt teilweise gar nicht was. Was ich da noch irgendwie für Clips irgendwie drin habe. Aber ja. Bin jetzt abgefahren. Eine Game Engine schreiben in sich Sharp. Oh. Das klingt witzig. Das glaube ich sehr interessant. Ja. Mit Monogame oder was. Ich hatte letztens gesehen. Microsoft selber. Hat ja auch mittlerweile so eine. Äh. Eine Erweiterung in Anführungsstrichen dafür. Ähm. Wie hieß denn das vorher? Weiß ich ja gar nicht genau. Aber ja. Auf jeden Fall. Weil die haben da mittlerweile so ein eigenes. Äh. Das haben sie zum Glück. Jetzt nicht mehr. Fortgeführt. Weil das nämlich auch bedeutet. Dass die Spiele jetzt wieder vernünftig laufen. Und nicht in einem extra. Ja. Äh. Äh. Also in so einem. Keine richtige URL hab. Mhm. Da muss ich mir aber noch. Da komm ich aber ran. Da muss ich meine Appinoe nochmal aktualisieren. Leider. Ich nehme mich nur dummerweise die Embed URL. Aber nicht die. Die richtige URL. Äh. Mit. Übertrager. Und die Embed URL. Das muss natürlich was komplett anderes sein. Als die. Als die richtige URL. Also ey. Twitch manchmal ey. Was so manche Sachen angeht ey. Echt immer noch grausig. Obwohl die sich die letzten Jahre auch deutlich gebessert haben. Gerade was die Zuverlässigkeit von ihren Webhooks angeht und sowas. Und die sich schon deutlich deutlich gebessert. Über die letzten Jahre. Ähm. Aber ja. Die haben halt echt jedes Mal. Die haben immer ein anderes Format für die Thumbnail URL. Mal musste irgendwie. Äh. Geschweifte Klammer auf. Äh. Height und Width. Geschweifte Klammer zu. Ersetzen durch die Pixel die du gerne hörtest. Damit du halt eben eine Größe für das Preview Bild hast. Dann hast du das nächste Ding war irgendwie. Da war ein Add. Ne. Ein Prozent Zeichen immer davor. Also Prozent. Geschweifte Klammer auf. Height. Geschweifte Klammer zu. X. Prozent. Geschweifte Klammer auf. Width. Geschweifte Klammer zu. Und beim nächsten ist es halt fest drin. Also brauchst du quasi wieder. Äh. Zwei bis drei. Replace Methoden irgendwie. Ey. Manchmal. Weiß ich nicht. Manche Sachen sind echt immer ganz schön ätzend. Was war das gerade? Naja das ist wirklich ey. Darauf auch zu kommen. Ist halt auch so ein Ding ja. Sitzt du dann da und denkst du so. Hä. Warum wird das nicht geladen. Warum schmeißt du das jetzt hier irgendwie. Warum schmeißt du das in der Konsole vor allem doch irgendwie Fehlermeldungen. Keine Ahnung was. Sieht doch irgendwie alles richtig aus. Denkst du dir immer so. Weil die URLs sind ja irgendwie ewig lang. Irgendwie 100 Zeichen oder so. Also. Mehr wahrscheinlich noch. Ähm. Sitzt du dann da. Guckst du drüber und denkst. Hä. Passt doch alles. Hast du die. Die Replace Methode hast du richtig irgendwie aufgerufen. Blablabla ja. Und dann so. Ah. Okay. Hint ja irgendwelche komischen Zeichen drin. Deswegen. Ja. Läuft halt nicht. Danke. Ha. Cool wenn ihr das einheitlich machen könntet. Aber nischt ist. Und siehst genau. Weiß ich nicht. Bevor ich das vergesse. Aber das möchte ich auch genau erzählen. Äh. Ich hab ne Seite gefunden. Ne ExoFace heißt die glaube ich. Und das ist wirklich so ein. Achievement Aggregator quasi. Also da kannst du dich anmelden. Kannste deine. Verschiedenen Plattformen. Accounts mit verknüpfen. Ich hab immer noch kein. Wir haben immer noch kein BM aufgesehen leider. Ähm. Dann hast du dann dort an einer Stelle. Alle Achievements. Jetzt ist nur die Frage. Ob du das cool. Scrapen kannst. Quasi. Weil die haben natürlich selber. Keine offizielle API. Lass dich wieder irgendwie anders schon. Damit. Äh. Irgendwie anderweitig besorgen. Glauben. Komm her hier. Jetzt war einfach dann. Ja. Ich glaube auch. Eigentlich ganz interessant. Das ist dann halt so ein bisschen die Frage. Ich meine ich weiß nicht. Ob die da jetzt irgendwie großartig Metadaten haben. Aber soweit ich weiß. Sind da zumindest auch die. Die Beschreibung. Und irgendwie die Bedingungen. Und sowas sind da halt mitgepflegt. Das haben andere Anbieter teilweise schon nicht. Und da sitzen aber wirklich. Das ist halt ein Team dahinter. Die halt. Äh. Dann halt per Hand. Von den Plattformen. Immer entsprechend. Die Achievements abschreiben. Sozusagen. Und die bringen dann halt immer News raus. Von wegen. Hier. Das Spiel wurde jetzt integriert. Das Spiel wurde integriert. Also natürlich immer so ein bisschen hinten ran. Und die haben jetzt irgendwie 10.000 Spieler. Oder sowas. Haben die halt integriert. Naja. Ist ja immer so ein Ding ey. Okay. Die können wir halt nicht killen. Ich kann halt nicht in der Luft. Ja. Ich würde gern zuhauen. Das geht nicht. Äh. Lassen wir mal rumfliegen. Aber naja. Da sitze ich grad dran. Als Alternative sozusagen dazu. Oder vielleicht als zusätzlicher. Zusätzlicher Input. Neben der Spielzeit. Und dann. Wie gesagt. Wieder so ein paar Darstellungssachen. Wird ich auf jeden Fall noch machen. Und eben noch so ein bisschen den. Den Rest an Content einbetten. Und äh. Ja. Ja das ganze halt ein bisschen. Polischen dann noch. Und aufräumen am Ende. Und alles. Ja gut. Konfigurierbar. Das kann ich dann so nach und nach machen. Ist erstmal okay. So wie es ist. Ist auch der Vorteil von dem System. Also ich hab da auch. Quasi mal die. Die Admin Seite gezeigt. Quasi bei. Bei der Vorstellung. Dass man das alles ganz gut dann. Einstellen kann. Mit Vorführeffekten. So versteht sich aber ja. Zumindest das Ziel. Dass dann alles gut einpflegbar ist. Ähm. Ja. Wird glaube ich ganz cool. Also ich freue mich da schon drauf. Kann ich nämlich endlich wieder. Irgendwelche Blogbeiträge schreiben. Hab da nämlich irgendwie dummerweise. Echt Spaß dran. Dafür misst das auch ein bisschen. Ah. Wieder irgendwie die Recaps aufholen. Und keine Ahnung was. Und das dann alles in einer vernünftigen Umgebung. In einem vernünftigen Texteditor und sowas. Ohne. Ohne. Immer wieder. Neues Deployment anstoßen zu müssen. Musste die Node Version richtig. Äh. Eingestellt haben. Und bla bla bla. Ist immer ätzend. Das ist ein CMS halt schon ganz cool. Ohja. Ich weiß. Vielleicht kommt man dann irgendwann zu dem Punkt. Ich meine aktuell ist schon recht viel konfigurierbar. Aber vielleicht kommt man ja wirklich irgendwann zu dem Punkt. An dem man dann sagen kann. Okay. Man kann das äh. Dann ja auch irgendwie mal anbieten quasi. Aber ich glaube da fehlen dann noch so ein paar Convenience Sachen. Wo man dann irgendwie bestimmte. Sachen noch mit integrieren kann. Oder sowas. Ohja. Genau. Alter. Ach du Scheiße ey. Vor allem das rechte Fehler ist wieder so ein krasses Ding. Die linken die beiden hier. Die sind ja. alle easy peasy. Jetzt noch nicht so. Sorge vor. Achso. Ich treffe nicht. Bin schon. Oh Junge. Ohja. Macht auf jeden Fall Spaß. Es ist echt ein Projekt vor allem auch. Wo ich wirklich fast jeden Tag dran arbeite. An der Seite. Ist schon ganz witzig. Also hatte ich vorher fast noch gar nicht. Vor allem nicht über den Zeitraum. Da wirklich so intensiv. Äh. Mich da immer. Regelmäßig hinzusetzen. Und da irgendwie weiter dran zu basteln. Ja. Na ja. Klar. Kein Ding. Ich glaube auch einfach mehr. Wollen mich hin teilweise. Ist gut. Geschützbestien. Boah Alter. Was bist denn du? Ich treffe das hier wieder nicht. Was? Ohja. Irgendlich ganz interessant. Beziehungsweise macht es auch Spaß. Ich überlege dann sogar echt. Weil ich meine es ist ein PHP ja. Und PHP hat echt eine grausige Syntax. Äh. Das ist echt der Wahnsinn. Wenn du auf irgendwelche Properties zugreifen willst. Erstmal immer so ein Pfeil malen. Alter. Das ist echt. Und du. Du hast halt dieses. Ich weiß nicht. Ob das schon zu funktional zählt. Aber dieses äh. Python mäßige ja auch. Also. Du hast halt nicht irgendwie. Ein Objekt. Und dann machst du irgendwie Punkt. To irgendwas. Oder so. Oder irgendwie Punkt. Replace. Irgendwas. Sondern du hast immer dieses. Äh. Str. Unterstrich. Replace. Dann hast du. Quasi die beiden. Replace Strings. Und als dritter Parameter. Hast du dann immer. Den String. In dem irgendwas. Replace werden soll. Das hat auch super abgefahren. Aber der Vorteil ist trotzdem. Ähm. Der Server läuft instant. Also. Machst den Befehl. Bam. Server. Bam. Fertig. Starte den. Zack. Ist er an. Muss da nicht irgendwie großartig was machen. Oder so. Sondern. Läuft direkt. Dauert. Dauert keine fünf Sekunden. Wenn ich da so an mein. An mein Stream Design Backend quasi denke. Was erstmal irgendwie. Diesen kleinen. Vorkompilierprozess noch drin hat. Und irgendwie noch irgendwelche Guile Tasks. Vorgeschoben hat. Und bla bla bla. Bevor da irgendwas läuft. Ey. Holy shit. Das ist richtig richtig angenehm dagegen. Und das ist halt easy peasy zu hosten. Auf nem Shared Host. Was halt auch super nice ist. Ich glaube da habe ich heute übrigens witzigerweise die Rechnung gekriegt ey. Davon. Lohnt sich schon. Aber ich glaube ich muss mich von ein, zwei Domains äh trennen. Die sind teilweise doch ganz schön übertrieben teuer irgendwie. Was ist das hier ey? Was ist das hier? Was ist denn? Was ist denn unter, unter unter Dschungel hier drin? Das Gute ist. Die eine könnte ich sogar wahrscheinlich anbieten. Also zum Verkauf. Die Domain. Wenn es da mittlerweile ein Produkt gibt. Was so heißt. Was so heißt. Ach komm. Oh nice ey. Sehr cool. Am 1. Februar geht es für dich dann los ne. Nein. Awww. Oh oh. Das ist jetzt wieder krass. Müsst du da mal erzählen wie es hin so ist. Bei mir war halt heute echt krass ey. Da den, den Schritt zu gehen und so ey. Alter. Vor allem es war echt denkbar ungeeignet alles ey. Die andere hat heute ihre Abschlussprüfung fertig gehabt und dann quasi wurde übernommen blablabla. Für sie war das halt irgendwie echt der. Er hat auch so ein Tag quasi so. Okay sie hat irgendwie jetzt die Hochschule hinter sich und keine Ahnung was ja. Gehört jetzt so voll dazu und so. Ich stehe denn so daneben. Denk mir so hm. Naja ach man ey roll doch mal schneller. Naja genau. Ob ich nicht gespeichert nach dem Hühn. Oh. 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 Junge steh doch mal auf ey. In diesen ganzen kleinen Betrieben wo du halt jeden kennst und mit jedem irgendwie mal saufen gehst und keine Ahnung was. Ja ja. Man kennt sich halt einfach irgendwie sechs, sechseinhalb Jahre, kenn ich die Leute da jetzt alle. Und keine Ahnung, ey. Dann haben wir zusammen irgendwie Scheiße gebaut. Zusammen saufen gewesen, quasi. Und keine Ahnung was, ja. Viele Sachen halt gemeinsam irgendwie erlebt. Und du dann halt irgendwie denkst, okay, Scheiße, ey, die siehst du wahrscheinlich dann irgendwie nie wieder, wenn du einen Schritt jetzt gehst. Ist das schon irgendwie ein ganz anderes Gefühl, so, ja. Das sind ja schlussendlich, das ist halt auch immer noch so, ja. Und halt alles liebe Menschen, so. Ist nicht so, dass ich die... Also größtenteils versteht sicher, aber ja. Ähm. Ist nicht so, dass ich die jetzt irgendwie nicht leiden kann, oder so. Äh. Ich kündige, oder verstehst du jetzt auch den Arbeitgeber aus anderen Gründen, in dem Sinne, wir wechseln jetzt nicht nur explizit wegen denen. Komm, Junge. Steh auf. Oh, mach doch nicht den, ey. Oh. Reiß dich zusammen jetzt her. Oh. Ja, natürlich klopfst du noch mal zu. Roll doch mal weg, du dummer Affe, ey. Danke. Okay, so, ich bin beruhigt. Ähm. Alter. Aber ja, nee, war ganz schön. Was ist die immer so rumglitschen, ey. Das fühlt sich echt an, wie so ein Online-Game immer mal. Irgendwie grad so ein Desync-Cast, und dann kommt er wieder, kriegt er sich wieder ein, und dann steht auf einmal ganz woanders. Ah, nee, ist krass auf jeden Fall. Gerade halt auch mit dem Chef. In dem Sinne. den ich den ja auch seit sechseinhalb Jahren dann halt eben kenne, sozusagen. Und, äh, ja. War für ihn, glaub ich, auch nicht ganz einfach. So, die, die Nachricht zu nehmen. Hat ja immer so ein bisschen echt so. Auch angesehen, dass, äh. Er damit kurz, äh, also er da quasi erstmal kurz, äh, das realisieren musste, so. Aber naja. So ist das halt. Und dann kam ja alles nicht von heute auf morgen. Auch alles abzusehen und keine Ahnung was. Vor allem die andere übrigens, ne, mit der ich das Mitarbeitergespräch hatte. Die hat mich heute nicht mal mit dem Arsch angeguckt, ey. Also nicht gegrüßt, oder sonst was. So gesehen, dass ich da bin, mich auch angeguckt, so irgendwie. Ah ja. Ist jetzt einfach... nischt. Kam da übrigens auch nischt weiter. Einfach nur Mitarbeitergespräche, um mal stumpf zu machen, scheinbar. Keine Ahnung. Oh, gut. Die... Äh, ja. Hätte man sich halt auch klemmen können, dachte ich mir immer. Vielleicht wär ich da noch da gewesen. Wer weiß. Da war ja schon so ein bisschen... Alter Junge, triff mal bitte. Ähm. So der Moment, wo ich mir jetzt so dachte, ja gut, okay, alles klar. Wenn sie jetzt schon so kommen, dann... Hm. Schwierig. Jetzt rechte ich da noch. Echt, ja? Ja, so gerade bei dem bin ich da sehr... Also wir kommen eigentlich immer ganz gut aus, in dem Sinne. Bei dem anderen und auch bei den anderen vorherigen Chefs in der Regel nicht so. Tatsächlich. Aber gerade bei den beiden, die ich quasi seit Beginn ankenne, wobei der eine halt eben nicht mehr da ist, ähm, gerade die beiden mochte ich dann halt eben doch sehr, so. Das heißt sehr mögen, aber halt mit denen kann man halt irgendwie gut klar, man hat irgendwie halt auch mal mit denen halt ein Bierchen getrunken. Und, äh, ja, keine Ahnung, er hat halt irgendwie Projekte mit denen halt gemeinsam gerissen, weil es sind halt halt, also sind halt beide Chefs, die halt selber gerne halt auch mal mit anpacken. Also, der eine halt eben hat dann von dem Bereich mal Ahnung, der eine war halt mehr so in dem Admin-Bereich, sag ich mal, unterwegs. Und, äh, der war halt eben auch jemand so, der sich dann halt abends mit uns dann da hingesetzt hat. Und irgendwie gesagt hat, ey, Jungs, ne? Also, ich lass euch da jetzt nicht alleine sitzen. Und ein bisschen die Nacht quasi arbeiten, um da irgendein Kram halt aufzusetzen, so. Sondern, ey, ich bleib jetzt hier mit uns sitzen quasi und, äh, ne? Versuch da irgendwie mitzuhelfen. Und das ist, äh, halt eben einfach auch nice. Also, als der gegangen ist quasi, das war auch so ein Ding. Mit dem kann ich es ja auch verstehen auf jeden Fall. Ich glaube, ich hätte da andere Sorgen gehabt, denke ich. Ähm. Naja, das hat halt einfach auch was. Das hat halt, das hat alles, wie gesagt, Vor- und Nachteile, ja? Großer Vorteil ist irgendwie natürlich, dass man irgendwie dieses Kumpelhafte irgendwie hat. Ja? Und man irgendwie gemeinsam auch mal so Kack-Situationen durchstehen kann. Ähm. Nachteil ist aber halt, wenn du kündigen möchtest und, äh, dir halt jeder, dich halt jeder anguckt erst, also quasi ohne, dass sie das wissen in dem Moment quasi, ja? Aber dich dann halt begrüßen, irgendwie ein Lächeln im Gesicht haben und, äh, sagen, ey, ey, na, schön, dass du auch mal wieder da bist. Lange nicht gesehen, wie geht's dir? Und, na, weil dir da irgendwie dann am Rumschnacken ist und so, ja? Dann denkst du dir immer so, oh, ey, dem musst du nachher sagen, dass du bald nicht mehr da bist, äh. Warte, holst du. Ah, nice, ja. Ach, komm, ey. Ja, krass. Ne, also da sind wir, war das bei uns immer sehr, sehr super kollegial in dem Sinne. Ähm, nicht so ultra, also ich muss sagen, so außerhalb der Arbeit war ich dann auch nie so der Socializer. Ich hab ein paar Leute aus ihnen, äh, teilweise immer noch und teilweise gehabt. Ähm. Dem einen muss ich auf jeden Fall unbedingt immer schreiben, bis er das dann auch weiß. Weil der ist nicht an unserem Standort. Den sehe ich nicht so oft. Aber wir hatten, also mit dem hatte ich direkt einen Superdraht einfach. Weil der ist auch, äh, ziemlich ein Nerd. Ist irgendwie auch so Anfang, Mitte 30 oder was? Ja, Mitte 30 mittlerweile wahrscheinlich eher. Einfach, das ist ein Gott an Projektleiter, also ohne Witz. Fantastischer Kerl, auf jeden Fall. Und auch so zwischenmenschlich einfach total super. Ach, komm, ey. Weil die Gleichzeit sind ganz schön ätzend, ey. Die uns nicht vertrauen, auf die wir nicht zutrauen. Ach, so, dass wir selbstständig kriegen. Ach, okay, ja. Ja, gut. Ich mein, das, das hat man auch nochmal. Ich glaub, das ist halt dann immer so ein bisschen auf einer anderen Ebene irgendwo, ja. Ja, wie gesagt, hat alles so seine Vor- und Nachteile. Ich mag das grundsätzlich ganz gerne, also gerade früher mochte ich das super gerne. Äh, in dem Sinne. Weil es hat halt niemand in dem Sinne darauf geachtet, gerade früher war das halt so. Von wegen, ey, wenn du deine Aufgaben machst die Woche und das geschafft hast, wird, dann ist es dem Projektmanager quasi, dem ist ja scheißegal. Und dadurch, dass ich halt jemand war, der den Prozess irgendwie, den Entwicklungsprozess so krass optimiert hat in der Ausbildung. Ja, das klingt ja so ein bisschen wie Selbstbeweihräucherung, war aber halt unendlich dumm von mir. Ähm, deswegen eher so Anti-Selbstbeweihräucherung, aber ja. Ähm, und quasi Sachen in einer Stunde gemacht hab, oder unter einer Stunde teilweise sogar, wofür andere Leute irgendwie, äh, acht oder länger gebraucht haben. Also acht Stunden oder länger. So, da haben sich natürlich irgendwie die ganzen Projektleiter, äh, entsprechend gefreut. Aber, so nach der Ausbildung ist mir das Ganze dann nicht mehr auf die Füße gefallen. Weil dann kam auf einmal jeder und wollte irgendeinen Dreck von mir. Dann sitzt er auf einmal da und muss dann irgendwie halt auf einmal 50 Projekte am Tag machen. Weil du ja alles irgendwie in einer Stunde hinkriegst. Und, äh, die anderen sitzen dann da und machen halt eins in derselben Zeit. Und kriegen dafür das Doppelte an Geld. War nicht so schlau, aber hey. Dann lernt er irgendwie dann draus, ne? Und vor allem, das, also das Problem war schlussendlich eigentlich eher, dass der Projektmanagement Mensch, äh, gewechselt hat. Und wir halt weg von Scrum waren, äh, gebrochen sind. Und dadurch war halt... Ich kam halt jeder an und hat halt gesagt, ey, mach mal das und das. Naja. Wow. Alter, krass, ey, wie weitläufig das hier schon wieder ist. Ja, da drüben sind nochmal krasse Viecher. Da hinten ist nochmal irgendwas. Oh Gott. Hier ist nochmal ein Goldteller. Oh, diese ganzen Permatränke, ey. Ich brauch den hier nur... Sagen wir hier mal nur diese ganzen Intelligenztränke geben. So ein Elex-Trank. Sehr gut. Ne, doch nicht. Kleiner Beutel. Naja. Das ist immer nicht ganz so einfach. Krass, das ist ja der rum. Ist das ein BM-Off? Könnte ich nicht. Ne, wir haben immer noch keinen einzigen BM-Off gehabt, oder? Oh, nee. Die droppen zwar alle schön dunkles Elex von den Händen, aber ich brauch die BM-Offs. Habt ihr euren Herzen von denen? Was bringt mir das alles ja nichts? Toll, der ist nochmal hier hochgekommen. Ich hab Bock da irgendwie 30.000 Schläge zu verbrauchen. Viel. Ist das ein Dings? Ne, oder? Ne, ne. Behemoth, ja. Behemoth. TH, TH, TH. Hm. Na gut. Kein Trank hier, oder sowas. Aua. Komm mal hoch hier. Na komm. Weiß nicht, ob ich da runterkommen kann. Oh Gott, ey. Alter. Oh, geh ran. Stunlock jetzt wieder. Geht ich da mal hin? Oh, ist ja gut. Gibt's echt nichts drin, oder was? Oh. Ich muss ja sagen, so loot-technisch ist das hier immer so ein bisschen mau. Aber dafür sind die Viecher geil. Und die droppen wiederum ganz gutes Loot. Also ist das wiederum ganz okay. Aber ja, ich brauch diese ollen BMO-Ferzen, damit ich mir perma-Intelligenz-Tränke brauen kann. Weil die brauche ich wiederum, damit ich meine letzte Magiestufe hier lernen kann. Oh, was geht da, ey? Das ist irgendwie so ein bisschen viel mit einem Jetpack. Das ist boba fett, oder was? Ach, du Kacke. Oh, das sind die neuen! Oh! Ne, doch nicht. Hä? Ne, doch, das sind neue. Die diskutieren sich ja immer so. Oh Gott, hier, komm her. Oh, Alter. Oh, fuck. Was war das? Irgendeine Meldung kam da gerade. Kurator. Keine Idee. Stirb jetzt da. Geht doch. Was haben die denn für komische Waffen, ey? Da fängt sie aus. Oh Gott, ey. Schüttel ich das Skyhand Blaster? Ich stirb jetzt hier, du Sauer. Geil, ey, geil. 112 Elixitkrab machen. Und Spielzeugdino hat er sogar in der Tasche gehabt. Warum, warum, warum? Warum? Ist das schon ein Teaser auf irgendwas? Oh Gott, schmeißt du gerade mit der Hinternata? Ja, ich wüsste es. Ach, natürlich trifft ihr auch noch durch die Wand, ey. Ist ja noch selber umgeboxt. Okay. Okay. Dann müssen wir ja mal ein bisschen brainstormen. Dann fallen wir mal da runter. Seid, er ist auch gestorben. Ach, scheiße. Ich kann ihn nur nicht ganz... Nur sein Elixit mal abzappeln. Aber darüber könnte man ja mal nachdenken. Hat er diese ganze Zeit dieses hier... Ja, mein Sohn und blablabla, ja. Ah, die droppen hier alle immer Spielzeug. Ah. Aber was könnte das bedeuten, dass mein Sohn schon... auch davon getroffen ist? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Das ist doch kein Zufall, oder? Dass die immer so random Spielzeug droppen. Hm. Finden die das interessant irgendwie? Also Spielzeug an sich. Ich überlege gerade, ob quasi der alte Typ mich verarscht oder so. Und ich habe gar nicht die Krankheit. Oh, fuck. Aua. Danke, Schwinner. Äh, gar nicht die Krankheit durch diesen... Äh... Ja, rup. Hehehehehehehehe. Äh... Durch diesen Scyaniden-Angriff am Anfang bekommen. Sondern hatte das vielleicht vorher schon. Weil er, als er noch Hybrid war... Mir irgendwas angetan hat, oder so. Während ich ihn... Gehilt hab. Oder er den Schrei vielleicht ausgesetzt hat, oder so. Vielleicht hat er auch... Vielleicht hat er auch... Weiß ich nicht. Interessant auf jeden Fall. Würde es fast schon cool finden, wenn die miteinander reden würden, in ihrer komischen Sprache. Die ganze Zeit immer so random... Sachen sagen würden noch. Das würde ich ganz cool finden. Nein. Oh, rup. Da unten liegen jetzt echt viele Leichen. Oh, dunkles Elex liegt da noch. Spannend, ob oben jetzt ein starkes Vieh ist. Zweifel ist fast schon. Ja, was geht bei dir noch so? Einfach nur chillen, oder haben wir es da noch irgendwas nebenbei? Ach, guck mal, da geht's sogar... Das wusste ich gar nicht. Da geht's sogar runter. Hm. So. Alter. Principal. Ja, dann wird man natürlich vorher schon, oder? Ja, komm. Oder die Skaians stellen sich später als Anti-Alp. Dinger heraus. Aber das... Kann ja nicht... Nein, das kann ja nicht so richtig sein. Zum Sinne von... Okay, 100% gesondert ist immer ganz schön krass, ey. Ich würde eine andere Wahl haben, ich gerade nicht in dem Lager. Das ist vielleicht auch ganz sinnvoll hier. Alter, Uriziel. Alter, Uriziel. Der Schnitter. Das wäre geil. Ich wünschte mir für den Elex 3, dass das Kampfsystem und Skillsystem ein bisschen flexibler ist. Das wäre so geil, wenn das so ein bisschen mehr Dark Souls-like wäre. Vielleicht. Also im Sinne von, dass du linke und rechte Hand hast. Und dann kannst du auch sowas wie so ein Space Sword... ...Eini spielen, oder sowas. Oh Gott, Alter, das macht echt Damage ohne Ende. Alter, nun hören wir auf jetzt hier mit dem Gift. Wer ist... Hallo? Auf jetzt hier. So, zack. Gut. Geh hoch. Junge, hoch. Hm. Das ist ja... Das ist ja interessant. Das ist ja... ...triggert meine Neugier gerade so ein bisschen diese... ...Spielzeug-Geschichte da. Ob hier irgendwo was ist, was Interessantes eigentlich? Nein, hör auf da. Geh hoch. Hallo? Hallo? Okay, danke. Ich glaube nicht, oder? Aber die scheinen ja alle diese Kugeln aufzubauen. Weiß ich nicht. Was es damit immer alles auf sich hat, ey. Naja, welches Level sind wir jetzt? 36... Alter, kurz vor 37... Äh, 27. Krass, ey. Zack, zack. Sogar drei Skillen gleich. Sehr gut. Wollen wir mal kurz vor 27... ...wollen wir mal kurz vor 27... Ja doch, kurz vor 27. Bedeutet also, dass wir... ...wir haben ja hier, glaube ich, allein durch... ...den Sky and Bow... ...irgendwie zwei Level-Ups gekriegt oder so. Das bedeutet... ...dass wir das theoretisch noch zwei, dreimal machen müssen. Aber geil, dass wir die Dinger mittlerweile komplett cleanen können. Relativ gemütlich. Ich... ...vorher war ja das Problem allein schon, dass ich nicht genug Elex hatte und nicht genug, äh... ...also... ...hat gar nicht so oft, äh... ...den... ...den Zauber verwenden können in dem Sinne. Ich hab' abgefahren, ey. Sieht echt... ...sieht echt cool aus. Oh, warte mal. Sind... ...waren wir in beiden Gang drin? Hallo? Wird es beides im selben Ding? Wird es beides im selben Ding, okay. Weil das dunkle Elex hier scheint ja... ...die Vegetation und sowas anzuregen. Während... ...das normale Elex... ...ja einfach so super... ...viel so Schneekram und Kälte und sowas anzieht. Aber auch nicht so richtig. Weil... ...die haben ja dann auch trotzdem wieder viel, diese Spinnennetze. ...und wenn du denn rausgehst, ist ja draußen auch alles so ein bisschen... ...Schnee-mäßig. Aber es ist ja nicht so richtig Schnee. Es ist ja so... ...er so aus wie so... ...weißer Sand. Quasi. Aber schade. Kein einziger Behemoth. Und ohne Behemoth-Herz ist, äh... ...das Leben... ...nur noch Schmerz. Also, hm. So, klar. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass da schon ein bisschen was hinter steckt. Hinter den Viechern jetzt. Mittlerweile, ich... ...ich frag mich halt, ob das so ein Ding wird von wegen... ...ey, die wollen eigentlich nur Gutes, aber wir verstehen die nur nicht. Und, äh... ...die wollen uns eigentlich gar nicht so richtig was Böses... ...sondern haben halt irgendwie... ...haben sich dann halt auch nur verteidigt oder blablabla. Keine Ahnung. Habe ich den teleportet oder... ...ah, hab ich den schon aktiviert, okay. Ähm... ...frag mich, ob das Sonnending wird. Ich hoffe nicht, weil das wäre ganz schön 0815. Oder ob das irgendwie... ...oder halt in welche Richtung das geht. Aber es ist erstmal interessant. So was in der Art hat man zum Anfang gebraucht, ey. So... ...in... ...in Elex 1 sozusagen. Äh... ...was? Was meinte ich? Ne, äh... ...nicht in Elex 1, aber sowas hätte ich am Anfang in... ...Elex 2 gebraucht, einfach um... ...mein Interesse für die Story irgendwie zu triggern. Okay... ...weil bis zu dem Punkt, weil das ist schon was, wie gesagt... ...das ist schon neugierig... ...was wir sich dabei gedacht haben. Ich... ...kann mir nicht... Oh, das ist so viel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich... ...also irgendwie Willkür ist oder so. Ich glaube eigentlich schon, dass das äh... ...schlechter Zeit... ...schlechter Zeit... ...hat? Ja, dann wird einfach nicht angegriffen. Warum kann ich denn keine Kiste rufen, wenn ich... ...Agro von irgendwelchen Random Mobs ziehe? Das ist so krass in mir. Also diese normalen Sachen... ...neben diesen Skyhand-Viechern einfach. Oder so einer Skyhand-Base. Ich meine, das ergibt natürlich Sinn, aber... ...irgendwie trotzdem... ...äh... komisch. ...aber angenehm. Komisch. Das Gute komisch. Ach, der zweimal daneben. Junge. Dreimal sogar. Das hier jetzt immer. Ne, aber in Elex 1 war das mit den... ...mit der Bedrohung durch die Alps und sowas. In dem Sinne fand ich das ein bisschen cooler gelöst. Da da eigentlich auch so ein bisschen diese... ...intrigengeschichte gleich angetriggert wurde. Waren direkt... ...waren direkt interessant als Volksauer. Aber die Skyhands waren erstmal so dieses... What the fuck? Ne, ist die ganz viele... ...ganz viele Nightcrawler. Oder wie wir den wissen. Aber ich glaube diesen so. Hier sind halt irgendwelche Viecher. Hm, okay. Krass. Diese Wissenden. Toll. Was da so dazugehört, das weiß man da halt noch gar nicht. Vielleicht hab ich auch nicht aufgepasst. Man weiss das schon. Oder ich bin nur doof oder so. Aber... ...meine Wahrnehmung kam es nicht an. Oh fuck. Ah, wer ist mein... Ja, genau. Steck nicht die... Komm, 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 komm. Steck die scheiß Magie wieder aus. Junge, nicht daneben hauen. Alter. 189. Ey, geil. Ganz viel EXP. Ganz viel EXP. Ganz viel EXP. Ganz viel EXP. Und noch die ganze Nightcrawler-Höhle. Das wird auch sehr schön. Toter Bandit. Das ist auch was Schönes. Komm her, hier. Komm her. Komm her. Komm her. Junge. Es ist so ne... ...nicht wieder aufladbare Ressource. Das kannst du machen, wenn du ein cooles Kampfsystem hast. Was auch vernünftig läuft. Aber wenn du halt... ...hier einfach dieses... ...clunky Ding hast. Was ich ja, wie gesagt, finde ich gar nicht mal so schlimm. Aber dieses Mensch, du kannst nur gerade ausschlagen mit deinem Magie-Skill und nicht nach oben. Oder unten. Wodurch einfach jeder Luftgegner super scheiße wird. Ey, sie möchten wissen, wie gesund ihr Kind ist. Wir übernehmen die Untersuchungen in unserem Gesundheitscenter. Wann findet Skies für eine bessere Zukunft? Ist ein Zusammenhang zu Wann findet Skies und den... ...den Skians? Boah, das wäre lustig, wenn das so ne... ...und 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 das nicht. Ein bisschen, das die Kleriker im... Ja, was weiß ich. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie ich den zusammen gerade herstellen wollte. Mein Gott, kann nicht mehr sprechen. Aber ja. Könnt schon cool sein. Ich sag's dir. Die riechen unserer Angst. Wenn die Viecher einen Weg ins Haus finden, sind wir erledigt. Hoffentlich verschwinden die so schnell, wie sie auch gekommen sind. Stimmt. Das ist schon cool. Das mag ich im zweiten ganz gerne. Das mag ich auch ein bisschen mehr als im ersten Teil. Dieses Environmental Storytelling Ding, dass du hier halt irgendwie, ja doch relativ oft einfach, irgendwelche kleinen Notizen findest oder Audiologs oder sowas, die dir einfach so ein bisschen was über das Leben äh, der Leute, die hier mal gehaust haben erzählst. Einblick bekommst du da drin, wie auch immer. Diese merkwürdigen Geräusche. Das kann nichts Gutes bedeuten. Die kommenden Tage werden Nachtwachen geschoben. Außer uns wird sich hier niemand breit machen. Kommt auch nur ein unbekanntes Gesicht durch die Tür. Schicke ich ihn direkt in den Tod. Das find ich ganz angenehm. Auch generell einfach. Wenn du dir einfach nur die Umgebung anguckst, dann kannst du oftmals so an kleinen Ecken in Häusern und sowas immer so eine kleine Geschichte quasi sehen. Einfach. Das find ich total gut. Weil dafür sind die Leute, die halt, die man halt trifft, immer so schön greifbar. Aber das kriegt halt Piranha Boyz auch immer sehr gut hin. Also, man kann immer ganz gut sozusagen sich da reinfühlen. Also die NPCs in dem Sinne. Gibt immer so komisch, aber ist so. Äh, größer, größer, größer. Aber 4 soll kleiner als Dings sein. Das kann ich schon mal nicht erinnern. Also machen wir 1, 4. Bam. Ah, nice, ey. Okay. Die 6 kommt am Anfang. Und dann die 2, oder was? Ja, ist klar. Geht doch. Gut, genau. Money, money, money. Oh, lass mich mal... Nein. Hallo, lass dich fallen, bitte. Ich bin mir echt immer noch nicht sicher, wie das funktioniert. Hallo. So, da... Nein, nicht da dran festhalten. Hallo. Ah! Ah! Danke. Aber hier auch, weißt du, kannst dir ganz gut einfach vorstellen, wie hier halt irgendwie 2 Leute saßen, die 2 Banditen, die hier gerade ihr... ihr Schnaps-Imperium aufbauen wollten, in dem Sinne. Und hier vorne gesessen haben und irgendwie noch 2... 2 Leute auf der Couch und die labern dann so, oah, jö, Mensch, ey. Ja, ist ja mal, wenn wir uns... unseren eigenen Schnaps brauen. Dann fressen sie da nebenbei diese gebratene Ratte, oder was das war. Die drüben Knutschen 2, oder so. Keine Ahnung. Ähm. Und so was. Ja, das kann man sich schön... kann man sich schön vorstellen. Mag ich immer ganz gerne. So was. Das ist immer nicht Jansho... Jansho nackt. Wo ich es nackt auch immer ganz gerne mag, aber nicht ganz so nackt. Steht hier. Alter, 3 Viecher auf einmal. Ganz viele XP. Kommt her, kommt her, kommt her. Zack. Jawoll. Das ist das Schönste. Das ist einfach das Geilste. Level up. Stirb, stirb, stirb. Nein. Da ist die Leiche geflogen. Okay. Sehr gut. Och, geil. 1000 Zähne und... Ach, geil. Schön. Plastikflasche. Kleine Kassette. Beschädig der Dings. Noch ein Ritualmesser. Das finde ich eigentlich auch spannend. Aber so ein Krallending ist das nicht. Ich frage mich, ob es so eine Assassingilde noch gibt. Die halt diese ganzen Ritualmorde begangen haben. Weil man hat ja jetzt oft schon Stellen gefunden, wo irgendwelche Ritualmesser rumlagen. Die einfach in den Leichen stecken geblieben sind. Das wäre ja cool, wenn es irgendwie noch so eine geheime... So ähnlich wie die Diebesguilder. So eine kleine geheime Fraktion geben würde. So ein bisschen wie die Dunkle Bruderschaft. So hießen die übrigens. Ich habe letztens den Namen gesucht, aber... Ich vergesse mir die heißen. Ein bisschen schimmeln im Wasser. Das wäre cool. Naja. Okay. Äh, so. Ich glaube, ich komme nochmal Level Up, ne? Genau. Zack. Ja, es kostet immer noch nur 5. Sehr gut. Geil. Geil. Zwei Level Ups noch, dann habe ich es soweit. Geil, geil, geil. Geil, geil, geil. So Wissen ist Macht. Da kann ich sagen, wenn ich überhaupt ein Ergebnis vorweisen kann. Das klingt doch nach einem Plan. Warte mal. Hier in der Nähe nicht irgendwo das Banditenlager, was wir noch clearn wollten. War das nicht hier? Ne, das war hier oben. Warte, fuck. Okay. Oh Gott. Schöne wie du. Ich wäre so gern wie du. Gehen wie du. Stehen wie du. Ne, komm. Geblieben? Mach ich. Ich hoffe, du schaust ab und zu mal wieder bei uns vorbei. Cool. Ich habe hier DNA für dich zur Analyse. Hätten sie das nicht übersetzen können eigentlich? DNA. Was ist hier wegen DNS und DNA? Schleser? Ich denke, ich muss zusätzlich auch noch selbst ein paar Tests vor Ort durchführen, um sicher zu gehen. Du willst da raus und dich den Scyaniden stellen? Ich schätze, dass mein müder Kadaver noch fit genug ist, um im Ödland zu bestehen. Aber besser wäre es natürlich, wenn du mich begleitest. Ich habe das Umland von Forma Gamara in Karakis ins Auge gefasst. Die Scyans haben dort ganz offensichtlich ihr größtes Forschungszentrum und die meisten Scyaniden-Zuchtzellen installiert. Da verspreche ich mir die besten Ergebnisse für meine eigene Forschung. Sag mir einfach, wenn du bereit bist, dann machen wir uns direkt auf den Weg. Ja, lass uns das machen. Ja, sag ich mir nochmal jetzt oder was? Ich habe alle Informationen über deine DNA-Fragmente, die du haben wolltest. Gut, ich werde sie mir sofort ansehen. Hähpchen, das ist nicht falsch. Das ist sehr interessant. Na gut. Das dunkle Elex hat eine große Gemeinsamkeit mit dem Unsring. Es verleiht dem Konsumenten große Macht und Widerstandskraft. Es setzt den Fall, dass er die Wandlung in einen Scyaniden verhindern kann. Mir ist gerade bewusst geworden, wie alt du eigentlich schon bist. Das Elex hat dir geholfen, all die Jahrhunderte zu überleben. Aber wie genau ist das passiert? Wie konntest du das schaffen? Ist es wirklich nur eine Frage großer Elex-Mengen, die du zweifelsohne konsumiert hast? Nun, die Tatsache, dass ich immer noch lebe, bedeutet nicht, dass ich hierfür auch eine allumfassende Antwort für dich habe. Das Elex hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Das ist richtig. Ich selbst habe aber noch viel über die genauen Zusammenhänge zu lernen. Die Scyans werden uns dabei helfen, denn sie haben das Geheimnis der Unsterblichkeit ganz offensichtlich schon lange gelöst. Das erkenne ich an der Zusammensetzung ihrer Zellen und DNA-Stränge im Vergleich zu meinen eigenen. Okay. Das heißt also, die Scyans beherrschen die relative Unsterblichkeit. Man kann sie töten, jedoch sterben sie keines natürlichen Todes durch Altersschwäche oder Krankheit. Dann sind sie der Urheber des blauen und dunklen Elex. Ah, so weit würde ich noch nicht gehen. Die Elex-Derivate könnten auch ein rein natürliches Phänomen sein. Hm. Ich gebe dir gleich ein natürliches Phänomen. Geil. Ich gebe dir gleich ein natürliches Phänomen. Steig mal deinen Schädel an oder willst du, dass ich ihn dir einschlage? Nein. Halte das Tier in dir im Zaum. Wenn es erst einmal ausbricht, gibt es kein Zurück mehr. Um dir wirklich mehr Antworten geben zu können, müssen wir noch mehr über die Scyans und ihre Kreaturen herausfinden. Wir sind ziemlich nah dran, aber wir brauchen noch eine Weile, bis meine Forschungen abgeschlossen sind. Solange müssen wir aufpassen, dass uns die Scyans nicht schon vorzeitig vernichten. Niemals. Umso mehr, umso besser. Los geht's. Lass uns ins Umland von Gamara aufbrechen. Sehr gut. Das wird für uns beide eine interessante Erfahrung. Denke ich doch auch. So, das Objekt, das ich mir näher ansehen möchte, ist unweit von hier. Etwas näher am Pharma. Die genaue Position gebe ich dir wie immer in deinen Adjutor. Ich rechne damit, dass wir nicht einfach so in Gamaras Umland herumlaufen können, ohne von ihren Kreaturen angegriffen zu werden. Wir sollten also besser vorsichtig sein. Und jetzt? Du gehst vor und ich bleibe dicht hinter dir. Wie auch immer, ich werde noch einige Experimente durchführen, bis ich ein Heilmittel für dich herstellen kann. Dann beeil dich damit. Geduld ist jetzt die Lärmste der Wettbewerbe. Wenn du ein Getümler mache, schütze ich dich unter Umständen nur, anstatt dir zu helfen. Ja, okay. Warum nennen sie dieses ungetümler Gamara? Der dem Zentrum der Skyns in Marakor am nächsten platzierte, ist der Alpha Forma Alfara. Der zweitnächste Betara und so weiter. Hm, das ist so lange weitest entferntes los. Die Benennung der Forma ist offenbar eine Mischung aus Funktion und der Entfernung von einem Zentrum, das im Marakor liegt. So, aber nicht. Gibt es hier mal einen Behemoth? Einen Behemoth? Oh. Wird es mal runtergeschlittert? Hallo? Hallo, wer are you all? I need you and your XP. Give me your XP zum Auszutschen. Oh, was haben wir hier? Schöne ich das hier anklänge? Scheiße, schon mal war ich schon mal hier. Ich bin schon mal weit gelootet. Oder gekillt, sagen wir es mal so. Hallo? So, guck mal, hier vorne hast du irgendwas. Wir sind da. Sieh dir an, was sie hier erschaffen haben. Hervorragendes Material, um ihre Zuchtzellen zu füttern. Großartige Arbeit. Omorath. Tialgomath. Isola. Kondohar. Konzentrier dich, Jax. Du verirrst sie. Tja, das würdest du vermutlich auch, wenn du mit der Wissenschaft verheiratet wärst. So wie ich. Du siehst ja, was hier los ist. Besser du beeilst dich mit deinen restlichen Aufgaben, sonst sehen wir bald alle so aus. Ich werde zurückgehen. Ich habe gesehen, was ich sehen wollte. Übrigens, der Vormund deines Sohnes. Aska, was ist mit ihm? Er wirkte das letzte Mal, als ich ihn sah, ziemlich beunruhigt. Du solltest dich unbedingt einmal bei ihm sehen lassen. Vielleicht ist das ja nichts Besonderes, aber... Naja. Jetzt gehst du dir einfach wieder chillig zurück, oder was? Den normalen Hauptweg. Oh ja, okay. Nice, nice, nice. Schoss da schon, mein Freund. Oh, drüben steht noch einer. Oh, mein Kopf. Die Infektion hatte sie schon fast wieder vergessen. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Wahrscheinlich, ja. Da oben den Teleporter schon geholt. Den da schon. Also ich glaube, ich war hier schon mal, aber ich bin zumindest relativ sicher. Stange Zigarettis. Oh, hier sind Explosionshuhn. Okay, das Ding haben wir auch. Ja. So, wenn wir drinnen irgendwas schönes... Ach, da sind Viecher geil. Kloppen, kloppen, kloppen. Jetzt wird wieder auf die Fresse gekloppt. Weiß ich auch nicht. Elix-Konsum-Konstrukt. Keine Ahnung, klingt alles nicht so geil. Oh, komm ey. Bist du jetzt so... Bist du jetzt so, Alter? Warum bist du jetzt so? Ja, komm hier. Ey, wo willst du auf einmal hin? Warum rennen wir auf einmal weg? Fuchst du da an, ne? Ja, ja. Deine KI gefällt mir auch schon sehr gut hier. Du schmeckst mir, Alter. Oh, was haben wir da? Mittlerer Heilertrank. Mittlerer Heilertrank. Heilertrank. Schon wieder so ein Flistervieh, oder was? The fuck? Ach. 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 Was ist das? Ey, wieder zwei Huhn, ey. Einer hat auch gerecht, jetzt. Jetzt kriegen wir so mal... Ach! Ja, also klar. Du musst auch mal einen Schluck. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Bestimmt ein Copyright Strike, nachher nur auf YouTube. Scheiße. Das möchte ich natürlich nicht. Ich möchte jetzt nicht in Konkurrenz mit der Band stellen. Ich weiß gar nicht wie das war. Das weiß ich wieder nicht. Du, 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 du... Komm ich überhaupt da drauf, ey? Das ist ja auch nicht. Okay. Brain. Die Wege meines Brains sind unergründlich auf jeden Fall. Wir sind primär auch schwach. Jetzt... Das hier... Was haben wir hier? Nichts. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen komisch, ja. Ich meine, ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, dass hier irgendwelche von diesen... Einen etwas menschlicher aussehenden... Wandler? Was ist denn ein Wandler? Also wahrscheinlich ein... Äh, wahrscheinlich... Nicht so ein Viehwandler. Also nicht ein Vieh, was Wandler heißt, sondern das Ding wird wahrscheinlich irgendwas von A nach B wandeln. Oh, vielleicht ja wirklich hier so Stein... Naja, ist auch Quatsch, oder? Weiß ich nicht genau. Elektrizität. Dunkles Elex. Und das ist alles auf der Meta-Ebene. Und, oh mein Gott, Internet ist scheiße, weil das hier alles so Netzdinger sind und sowas. Weiß er? Weiß er? Weiß ich nicht. Das ist, glaub ich, Quatsch. Wenn ich raten musste. Komm, ey. Eintritt bitte. Ach, Mann. Was ist hier? Ich muss nicht alle... teuer haben. Mann ey, jetzt fliegt auch nur von. Das ist nicht so cool. Nice. Bürger Lars hab ich dann auch aufgesammelt. Was ist denn wegen... wegen... wegen Dietrich? Äh, besser? Okay. Gut. Schön, ja. Oh, hallo. Oh, ah! Nein, 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 nein. Ich hab kurz gedacht, das wär'n BMOS. Wir werden ihn nie wieder BMOS sehen. Wir werden ihn nie wieder BMOS sehen. Boah. Boah. Oh, komm. Nein. Hab ich gesehen? Ja, ne, ich bin's... Ohhhh. Oh, komm, Junge, Mann. Mach drauf. Was machst du? Mach auf. Alter, ich weiß nicht mal, wie man dieses Bär, diesen Move macht. So, jetzt komm. Nein, Mann. Oh, echt jetzt? Das war nur angetäuscht. Ja, der war nicht angetäuscht, ne? Aber ich hab'n getäuscht, dass ich da mitstrich. Wir werden aber jetzt hier schnell erstmal'n OP-Mob eingebaut hier. Wohl nicht, dass ich mich hier so durchmetzel. Ach, aha. Boah. 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 Knister, knister, knister. Knister. Was ist denn immer dieses Geflüster noch? Stimmt, im ersten Teil gab's doch auch immer dieses Kinder-Geflüster. Ich weiß gar nicht so richtig, wie das entstanden ist. Aber, uh, vielleicht hängt ja dieses Kinder-Geflüster mit diesem Kinderspielzeug auch zusammen, was die da immer bei sich haben. Und vielleicht haben die ja wirklich... Ach, scheiße. Da ist Elex aufgezüchtet in dem Ding. Oh Mann, Junge. Nein, du Assi, ey. Werd' aber auf mit dem komischen Move. Ich weiß nicht mal, wie das geht. Ähm. Ja, wer weiß, ey. Dann nehmt das so nicht zusammen. Ich muss auch sagen... Ich kann mich nicht mehr so richtig gut fest. Ich weiß nicht, wie das alles war, ne? Und dann erklär doch. Warum das alles so ist, wie es ist und so. Aber, na? Kann ich gleich mit dem nächsten Lied anfangen? Weiß der Geier oder weiß er nicht? Was ist der wegen... Weiß ich weiß und so. Krass, oder? Okay, jetzt einfach ein leerer Raum voller nichts, oder was? Oder war das einer der Höhlen? Kann auch sein, dass ich hier halt schon mal drin war. Aber ich bin halt irgendwie durch ein, zwei Höhlen... ...so ein bisschen durchgerascht... ...um Loot zu finden. Natürlich sein, dass das hier die Höhle war, wo es den... ...Legendary Schild gab. Okay, ja, hoffentlich sind da vorne wieder tausende von den Leuten. Ich will die nämlich gleich alle schön wegsnacken, ey. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal so richtig, warum mir das so Bock macht. Aber irgendwie macht es halt Spaß, Viecher zu killen... ...und XP zu kriegen und Level-ups zu kriegen... ...und äh... ...Sachen zu skillen und krasser zu werden und so. Looten und leveln. Was drin sein in dem Spiel? Eieiei... ...Rip Germanien. Oh Gott. Können wir eigentlich überhaupt noch einen Sport? Sind wir überhaupt noch irgendwo gut? Nein. Bis wann... ...ist so das Alter... ...also, äh... ...bis wann... ...schreien Kinder so, quasi, killen und so? Möchtest du da noch lange durchhalten, oder? Ne, ich spür da eigentlich nicht. Ne, ne, ne... ...eine Build Order, wie man das so im Kind irgendwie macht, oder? Oder? Weil da macht man das wieder nicht, nicht wahr? Aber wenn es um Starcraft geht... ...da geht es nicht ohne, ne? Ja, ja, ja. Ja... ...Kenn und waschen können. Da haben wir gleich gegenseitig geschränkert. Haben wir ja ins Level gedacht. Ja... Am Anfang kann so ein Kind... ...ist halt eben auch das einzige, was so ein Kind am Anfang kann, oder? So mit Level 1. Also so mit Level 0, irgendwas. Aber Cannon Rush. Ganz halt alles voll... ...vollquoten. ...ehhhhh. Hehehehe. Ne, kann ich nicht helfen. Ist einfach, ey... Na ja, ist es halt, ne? Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, ich spiele nicht. Oh, das 4 ist untergefallen... ...ich kann es nicht mehr looten. Oh. Oh. Ich kann es schon nur zum Glück nicht auf einem hoffen. Und das ist ja gut. Ich spiele jetzt noch 2. 2. Ach man ey, irgendwie vermisse ich das manchmal so ein bisschen so dieses Strategiespiel-Ding. Es hat schon Spaß gemacht sich da irgendwie so reinzukupsen, außer auch StarCraft hat super Bock gemacht, die Zeit lang. Man hat vor allem halt eben auch gut Progress gesehen so. Aber weißt du, dann hast du wieder so dieses Ding von wegen andere Leute, werden halt direkt in Master gesteckt, ohne dass sie irgendwie auch nur einen Funken Leistung gezeigt haben und so und die nächsten dann einfach nur, oh hier Meta-Bild, YouTube StarCraft 2 letztes Meta-Bild, okay alles klar. Alles klar, ja schön. Womisch, dass das dann keinen Spaß mehr macht, ha, ist aber auch ey, du Mensch. Ja, also du, also ne, das ist aber du, also unerwartet Mensch, du, also, Mensch Mensch, du. Ach, da ist doch auch, da ist aber auch ey, da kann man aber, also, na, das ist aber du, also, C++ auch noch, krass. Welcher Mensch schreibt schon freiwillig C++? Letzte Folge, oh nein, ist okay. Jetzt immer erzählen wir das was. Bei einer Engine selber schickt. Alter, das war aber ungewöhnlich krass auf einem Ohr. Dich vielleicht nicht mehr. Ja, das ist okay, das ist mir eh nie zu. Hat die Kleriker um Kontrolle über ihre eigenen Truppen verloren? Oh jawoll, Alter, zehn, Alter, Kill-Quests. Mann, geil ey. Endlich mal hier schön Elex-MMO hier. Schön, Kill-Quests sind doch immer was Tolles. Das ist doch schön, das ist schön stumpf, ich musste keine Gedanken drüber machen. Funktioniert immer, keiner beschwert sich drüber. Ne, ich hab bei mir aber auch nicht mal das Ding installiert. Video Broadcasting. Ich hab mal überlegt, ob ich mir einen Eye-Tracker kaufe, von Tobi. Tobi Eye-Tracker. Alter, sind das, ist das denn ein Molred? Ist das ein Gothic-1 oder was? Oh, ich find's, weißt du, so ein Gothic-Remake nochmal. Das sind die Molreds dann später. Oh, das würde ich schon geil finden. Das, das Augen-Follow-Ding ist auf jeden Fall creepy, ja. Ich glaub das Eye-Tracker-Ding könnte ganz witzig sein. Da sieht man dann, also es gibt ja direkt auch eine Twitch-Einbindung sogar. Da sieht man dann quasi, wo ich hingucke und so. Manche Games haben das auch supported. Alter, was ist hier los? Ähm, gerade bei Shootern oder sowas, da hast du dann immer so ein bisschen ein Aim-Assist, sag ich mal. Alter, da hin zielst, wo du grad hinguckst und sowas. Ist eigentlich witzig. Und so, wenn du mal, ja, ja, ja. Gerade wenn da, also eigentlich, also oft ist es passiert, wenn du grad irgendwas getippt hast in Minecraft. Also da rechts unten in dieser Suchleiste sozusagen oder in diesem Textfeld zum Suchen. Ja, 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 ja. Ach, Junge, was ist denn das für eine super Rolle da gerade? Alter, ich hoffe ich krieg hinterher noch die Kreuzmarkierung, damit ich weiß wohl über die Leichen, die ich schon untersucht hab. Ey, genau, ja. Alter. Ist ja mal, also das ist ne absolut tolle Quest. Mensch, mensch, huaueueueueueueueueueu. Die ist ja mal so, ja, nicht lazy, du mal so. Mann, ich kann die Viecher da oben nicht mal killen, also mitverdienen, ja, so hell. Glück treffe ich die da irgendwie. 2 von 2, 9 von 10 Kampfmaschinen außer Kontrolle. Vielleicht sehen wir die 10. noch, da hinten ist er. Servo-Motor, Mensch, das ist ja richtig, also das ist auch richtig durchdacht hier alles so. Also vom Aufbau, phänomenal, Präsentation 1A. Gibt's ja ja noch zu beschweren, nur in einem Singleplayer-Offline-RPG. Einfach eine Kill, 10 Mobs und Kill nochmal, irgendwie eine Handvoll davon. Quest einzubauen, die auch noch null Sinn ergibt, weil die Burg ist da hinten und wenn die da hinten durchdrehen, wäre es ja fast cool gewesen, wenn die wirklich in der Stadt da drin durchdrehen würden und gerade vielleicht sogar noch ein, zwei NPCs mitgekillt hätten oder sowas, ja. Also, Mensch, ey, also, du, puh. Na gut, ja, mittlerweile ist man da halt angekommen, ne, mittlerweile, mittlerweile ist es okay, glaub ich. Alles, schwärzt sich ja keiner wieder. Aber ganz im Gegenteil, ne, wenn die Verkaufszahlen sprechen. Das ist aber junger, krieg dich mal weg. Verkaufszahlen von irgendwelchen nicht näher benannten Spielen sprechen schließlich für sich. Ach ja, damals. Ich muss mich unbedingt mit Crony Euphor beraten. Er hat einen besseren Draht zu diesen Dingern als ich. Hä, was, das interessiert die Kleriker irgendwie nicht mal, oder was? Dass ich denen jetzt irgendwie sage, ey, die sind jetzt beseitigt oder so. Wir gehen mal zu Reinhardt, vielleicht können wir denen trotzdem das sagen, oder so. Reinhold, meine ich, nicht Reinhardt, aber ja. Ja, also, puh, das war schon... Muss ich echt sagen, so ein Quest der Meister, also Meisterklasse Quest. Ich hoffe, davon haben sie mehr. Ich meine, es gibt auch nicht XP, würde ich mich nicht drüber beschweren, aber... Ach, du Mensch, ey, das ist nicht so dumm. Da werde ich noch, da werde ich einige Tage von träumen, glaube ich. 82 Dings, ey, oh. Schön, du. Was bist du hier als Kleriker? Ach, Junge, halt, Schnauze. Ich treffe hier einfach nisch, ey. Alter, ich treffe nichts. Zieh zu jetzt hier. Aber schnell. Schön. Ich bin gespannt, wie viel das... Mittlerweile können wir, glaube ich, die ganze Stadt ja einfach auseinandernehmen hier. Geil, die stimmen sogar komplett, sehr gut. So. Ist dem einfach egal, wenn du zwei Meter weiter weg gehst. Ist aber nur wütend. Und dann ist ja gut. So, schauen wir mal, wie teuer das ist. Irgendwie so drei Leute haben wir jetzt umgebracht, wir haben uns zweimal beim Mord gesehen. Okay, der Wache ist das schon mal egal. Wir gehen mal direkt so rein, halt. Ich bin da ein Verbrechen gemeldet. Tja, das ist okay. Hallo? Die Frames sind gerade aber irgendwie... Wird. Hallo? Müscht mir jemand, dass hier die Wieten... Die Wieten... Die Leviten lesen? Hallo? Wer sind sie? Wache... Reinhold? Von Regeln halten wir wohl nichts, was? Nee, muss ich nicht. Du wirst des Mordes beschuldigen. Das tut mir aber leid. Die Zeiten verlangen Nachsicht. Dennoch wirst du deine Schuld in Splittern abtragen. Andernfalls wirst du die Konsequenzen tragen. Wie teuer ist das? 2000 Splitter. Gut, für zwei Morde, also 1000 pro Mord. Warte mal, ich sag mal, ich werde nicht bezahlen. Ich werde nicht bezahlen. Jeder zahlt. Früher oder später. Auch wenn in deinem Fall wohl nur drastische Maßnahmen zum Erfolg führen. Mit dem heutigen Tag werde ich ein Kopfgeld auf dich aussetzen. Frag dich selbst, ob es das wert war. Solltest du zur Vernunft gekommen sein und deine Schuld tilden, ziehe ich es zurück. Und jetzt geh, ich habe zu tun. Ah, sonst kann ich dann nicht mehr mit ihm reden. Äh, na warte mal. Kann ich den überhaupt killen? Natürlich, gibt's denn nicht Schaden. Da kommst du da fucking, kommst du da wirklich rein, heute um die Ecke. Schauen wir mal. Oh. Oh! Okay, okay, okay. I'll just come to Simmarine, don't I? Die Wachen sind einfach nicht existent, so. Oh Junge, komm, lass die noch was treffen jetzt. Geht doch. Bewusstlos. Bewusstlos. Ah hier, göttliche Offenbarung. Es gab eine Zeit, in der ich nicht mehr weiter wusste. Ich war verloren und der Sinn hinter all den Schrecknissen hatte sich mir entzogen. In dieser schwarzen Stunde offenbarte sich mir Kalan in einem Traum. Er wies mir seinen Weg. Wir sind Auserwählter. Wenn wir uns an Kalans Gebote halten, werden wir seine große Prüfung bestehen. Dafür müssen wir unseren Geist reinigen. Wir müssen all den Dreck von unserer Seele waschen. Kalan verlangt absolute Hingabe an seine Mission. Es ist unsere heilige Pflicht, jede verlorene Seele auf den Pfad der Reinheit und Erleuchtung zurückzubringen. Ich wurde ausgewählt, um Kalans Willen zu verkünden. Deshalb schreibe ich auf, was mir in seiner göttlichen Erleuchtung zuteil wurde. Ich hervor von seinem großen Plan, der die Welt erneuern soll. Der Meteor war der erste Schritt. Die Aufgabe der Gläubigen ist es, den Weg zu bereiten. Nur wer in seinem Glauben unerschütterlich ist, wird die Erlösung erfahren. Und glaubt mir, Erlösung wird für alle kommen, die Kalans Prüfung bestehen. Ich werde euch genau erklären, was ihr dafür tun müsst. Solange ihr alle Gebote beachtet, seid ihr reinen Herzens. Auf einer Seite hat jemand handschriftlich hinzugefügt, Kalan war nicht der Schöpfer, nur ein Werkzeug. Interessant. Level Editor. Ah ja, nice. Machen aber viele. Glaube ich. Also hat der ein Arbeitskollege für mich, mit dem ich damals so ein kleines Game-Projekt hatte. Der hat das auch gemacht. Dem war das super wichtig, dass erstmal alle Tools existieren, damit man halt quasi Content bauen kann. Hälpigstern und dich. Na gut, na das ist natürlich jetzt ultra dumm. Na gut, okay. Äh, Schnellspeicherung. So lohnt sich das natürlich nicht. Weil, naja. Wenn die dann einfach wieder ausstehen, du kannst die ja nicht looten, leider. Gehen wir nur XP. Das ist natürlich Quatsch. Ist sehr schade. Ich weiß, von wem du redest. In den Tutorials sieht man das echt nicht so oft. Das stimmt. Zeig mir deine Ware. Schädigter Bekehrer. Geil. Okay, brauche ich alles nicht. So, dann haben wir hier unten noch den ganzen Dreck. Da haben wir jetzt mittlerweile ordentlich was, ey. Ah, fuck. Ich hab wieder einen Audio-Log dazu gepackt. Ach, ich hasse das, ey. Mann, ey. Ist das echt so schwer, so RPG Inventarmanagement halbwegs vernünftig zu machen? Ja, ist echt nicht so leicht, ja. Aber... Nach all den Jahren. Ah, wieder hochscrollen. Jetzt muss man das bedienen, das nicht. So, zack. Schöne 18k gemacht. Lass es. Jo, mach das gerne. Captain Zack. Der coole Sache-Hallover. Oh, Standhaftigkeits-Modifikator. Ja, die Modifikator, die kaufe ich mir alle immer mal. Das ist hier sonst noch Crepe. Auch nur Crepe. Crepe-Band-Papier. Oh ja, geil. Hast du vor, das mal im Stream irgendwie näher zu beleuchten oder so? Und ne Game-Engine im Stream zu bauen oder sowas? Ich habe wieder Bock auf mehr Coding-Content. Kannst du ja mal wieder mal was machen hier. Ich weiß nicht, was vorher war. Geht doch. Geht doch. Interessant. Geht doch. Geht doch. Na also. Ach, kriegen wir... Ne, kriegen wir nicht, ne? So richtig. Ich könnte vielleicht... Was fehlt mir denn? Drei... Fünf sind acht. Acht Attribut-Punkte würden mir fehlen. Ich krieg sieben raus. So richtig. Maaannn. Scheuerde. Mir fehlen vier Elex-Klumpen, ey. Aber dafür lohnt sich's halt irgendwie auch nicht. Dann nehme ich doch, glaube ich, dann lieber die Skill-Punkte. Die LP. Gut, na gut. Alles klar. Fehler im System. Dann zeigt mir mal, wo Crony ist. Den kann man dann ja irgendwie nicht davon erzählen. Natürlich alles, also alles, also alles, also du, also, ne? Zwei Monate auf Entzug. Akkordest du bei dir auf Arbeit auch gar nicht mehr so viel, oder was, jetzt aktuell? Ah jo, dann schon mal gute Nacht. Ach ja, komm, mach mal. Gut, schauen wir uns die geortete Technologie des Skyns an, die du gefunden hast. Hat er doch was, oder was? Positiv. Mir nach, Commander. So, na krass. Unweit im Norden orte ich fremde Technologie. Okay, dann sehen wir uns mal an, was da zu finden ist. Na schön. Machen wir weiter. Stand by. Also trotzdem. Äh, äh. Oder. Ja, nice ey. Ich will, auf jeden Fall, mal gucken, wie ich das irgendwie mach. Ich hab doch mal wieder Bock. Im Stream zu coden. Achso. Meine Ordnung ergab mir nicht bestimmte Ausrüstungstelle der Hetzer. Schön, dass du da warst. Schlafschlein und Treibmannschlein. Diese Truppe des Feindes wollte hier etwas installieren. Egal, sie sind Geschichte. Sie tragen Miniaturkontrollknoten bei sich. Kleine Rechnerchips, die sich schnell irgendwo installieren lassen. Etwas ähnliches haben wir auch bei den Alps. Sie werden eingesetzt, um fremde Technik zu infiltrieren. Oder jemanden abzuhören. Ich würde so etwas als Wanze bezeichnen. Die korrekte Bezeichnung in diesem Fall ist Kontrollknotenchip. Mhm. Sie verteilen diese Dinge also an strategisch wichtigen Punkten irgendwo in unseren Ländern. Wer weiß, wo sie diese Dinge schon im Einsatz haben. Vermutlich einer der Gründe, warum sie so effektiv agieren. Du hast ihre Technologie mit der der Alps verglichen. Heißt das etwa... Die Fremden benutzen eine ähnliche Datenübertragung wie wir. Gut. Wir könnten also unsere eigene Technik dazu verwenden, uns mit ihnen zu verbinden. Datenkompatibilität mit unseren Systemen liegt bei 85,9 Prozent. Gut zu wissen. Das war aufschlussreich. Such weiter, Kleiner. Wenn du wieder so einen Treffer hast, dann sag mir Bescheid, okay? Positiv. Hm? Na ja, okay, ja. Nice. Das wird bei mir dann wahrscheinlich ähnlich werden. Mal schauen. Wie das denn so ist. Oh ja, mal gucken. Ich bin mal gespannt. Jetzt aktuell so ein paar Ideen. Mir ist mal aufgefallen übrigens. Weiß nicht, aber vielleicht hast du noch mit einem halben Ohr zu. Streamer-Bot hat jetzt mittlerweile alle Webhook-Events supported. Also auch streamen online und streamen offline. Das ist natürlich Quatsch, weil wir jetzt Streamcord haben quasi. Aber jetzt könnte man darüber zum Beispiel einfach easy peasy konfigurativ eine Discord-Meldung machen. Wenn der Stream online geht und solche Sachen. Das bedeutet aber auf der anderen Seite auch, dass ich theoretisch mein Backend aktuell scheinbar so ziemlich über den Bot sogar abbilden könnte. Also von wegen hier, wenn streamen offline, dann nimm die Stream-Daten und tracke Spielzeit. Und schmeiß irgendwie das Spiel in die Datenbank, wenn es das noch nicht gibt. Und aktualisier das immer und keine Ahnung was. Was halt auch nochmal super abgefahren ist. Theoretisch. Aber es müsste, wären dann halt eben alles so C-Sharp-Actions. Und da müsste man sich mal reinfuchsen. Wie das alles genau funktioniert. Aber wäre schon lustig, ey. Wird man theoretisch alles darüber machen jetzt. Dann halt eben alles modular an irgendwelchen quasi Sub-Actions und so. Das ist eigentlich schon ganz tasty. Kann man halt zur Not immer mal was rausnehmen oder später mal sagen, okay, direkt hinzufügen. Also noch was Neues hinzufügen und halt an mehreren Stellen irgendwie was machen. Wie eben zum Beispiel nicht nur in der Datenbank irgendwie das neue Spiel anlegen, sondern dann vielleicht auch Dings. Quasi dann später auf der neuen Blog-Seite. Und auf der neuen Website quasi. Aber dann wäre halt so ein bisschen der Ort der Dreh- und Angelpunkt, aber das wäre ja okay. Die Anwendung muss ich ja sowieso starten. Das ist ja eh noch als auf der To-Do-Liste bei denen das Ganze auch für 24-7-Betrieb zur Verfügung zu stellen. Was eigentlich super interessant ist. Das dann irgendwie als Web-Server, Web-Service, wie auch immer zur Verfügung zu haben. So, ja. Ich brauche deine Hilfe mit ein paar durchgeknallten Robots. Analyse. Funksprüche maschineller Einheiten der Kleriker zeigen starke Anomalien auf. Ja, richtig. Du hast die Fehlfunktionen also auch schon analysiert. Was ist da los? Unzureichende Informationen. Benötige Datenaustausch mit Zentralrechner der Kleriker. Du meinst dieses Ding, diesen Bordcomputer der alten Welt. Kalan. Positiv. Eine direkte Verbindung mit Kalan erforderlich. Kadora. Isolda. Bitte wiederholen. Hm. Mein Kopf. Na schön. Dann muss ich dich wohl irgendwie mit dem Allerheiligsten der Kleriker verkuppeln. Positiv. Ich bin gespannt, was dieser antike Kasten der alten Welt noch ausspuckt. Ich werde dich zu ihm bringen. Hm. Du siehst noch bei deinen Dings, ja. Ich würde sagen, es gibt ja keine anderen Dings, doch da. Komm mal mit hier. So. Bewohntes Gebiet geortet. Deaktiviere Feindsensoren. Hallo Fremder. Ich habe alles... Zeig mal her. Das ist eine neue Sache, mein Freund. Alter, das ist eine sehr gute Rebellen-Kapuze. Ah gut, wir sind jetzt halt kurz vor... ...kurz vor Commander. Wo ich jetzt hier keine... ...Dinger mir holen. Aber kein Elex oder sowas, leider. Aber Treibstoff. Sehr gut. Wir könnten auch nochmal hin. Können wir da auch nochmal... ...nach Sachen. Hallo Hagen. Ich geh einfach mal ran, ne? Unautorisierte Eingabe. Zugang verweigert. Hm, komisch. Starte Verbindungsprozess. Okay, dann mal los. Die Zeit läuft. Unzureichende Informationen. Benötige Datenaustausch mit Zentralrechner der Kleriker. Na dann Triforce drauf. Ich weiß. Also machen wir das Beste drast. Das Unheil naht. Kommt zu Kalan. Er wird dich retten. Wer spricht da, Crony? Ist das die AI des Bordcomputers des stillgelegten Shuttles Kalan? Das Unheil naht. Kommt zu Kalan. Er wird dich retten. Das Unheil naht. Kommt zu Kalan. Er wird dich retten. Schalte das ab, Crony. Analyse. Zentralrechner der Kleriker ist in einer Feedbackschleife gefallen. Ja, ganz offensichtlich. Aber was ist die Ursache? Mal abgesehen von der Tatsache, dass hier eine uralte Technologie benutzt und ihr das Kommando über die Streitkräfte der Kleriker anvertraut wird. Starte Analyseprotokoll TGRG 35C. Bitte warten. Bitte warten. Moment. Wie lange wird das dauern? Unbekannt. Erste Approximation. 123 Jahre. 30 Tage und... Ja, ja, lass das mal. Wir kriegen schon noch heraus, was hier schiefläuft. Kannst du wenigstens verhindern, dass noch einmal so ein fehlerhafter Angriffsbefehl an die Maschinen rausgeht? Positiv. Verbindung Kalan zu Robots der Kleriker unterbrochen. Gut, dann sehe ich die Sache hier erst einmal als erledigt an. Vielleicht nur ein paar durchgeschmurte Schaltkreise, wer weiß. Komm, wir verschwinden wieder. Positiv. Hm. Ich würde schon sagen, das war schon moderat gezielt. Von den Viechern. Wenn die sowieso eine hohe Kompatibilität haben und so, haben die wahrscheinlich kein großes Problem damit, sich in unsere Netze rein zu... ...fummeln. Könnte ich mir gut vorstellen. Schon wieder 4 LP, ey. Ähm. Aber ja, lass uns mal ganz kurz... ...ja, das nicht, aber lass uns mal mit Tier-Eck nochmal reden. Vielleicht können wir da einfach Sachen ausbauen. Gegen Kohle, das ist ja geil. Achso, warte mal. Siehst, mit dir... ...würde ich nicht... So. Ich mache echt mehr Damage. Apropos mehr Damage, wir könnten nochmal ein bisschen mehr hier Lone Wolf skillen. Das wäre dann echt nochmal eine kleine Option. Jax, hör zu. Wir müssen reden. Mhm. Ich bin dabei. Was ist jetzt hier in Zeitlust? Da sind sie schon. Hm. Hm. Hm Hm. Hm Hm. Immer noch kein BM auf der Bay, schade Das ist sowas ist wieder So ist wieder so halbwegs ok Das ist immer noch ne ziemlich lame Kill-and-Fetch-Quest Äh, also Kill-Quest ist einfach nur Fetch Das Schiff ist halt nicht mehr so viel Mensch Junge, kill doch das Vieh erstmal Ist nicht, ist nicht drin, ne? Hast du nochmal den einen Hitter jetzt? Danke Aber Immerhin hier so ein bisschen Ich glaub direkt die Stadt angegriffen und das ist ein bisschen spannend und es können vielleicht irgendwie mal ein paar NPCs dabei drauf gehen oder so Wahrscheinlich nicht Das ist mal leichter und mal nicht so leicht Aber, äh, sie ist Bulli Ja, das ist so cool Ey, wir sind ja immer Feuerregen-Cast Das stimmt ja Jetzt wird er nicht Jetzt wird er nicht Wer ist schon wieder eins von diesen Biestern? Hm, wer ist noch eins? Kommander, ich oute weitere Kontrollknoten-Chips Dieses Mal in der Kraterregion von Atheris Ah, Alter Ja, schön Ach, guck Bitte Äh Ortung Kontrollknoten-Chips Atheris Sehr gut Wir sollten noch einmal einen Kompatibilitäts-Check mit den Dingern machen Was bräuchtest du, um diese Chips eventuell zu übernehmen? Ein Virus? Bestimmte Steueralgorithmen? Was ist möglich, woran wir jetzt noch nicht denken? Informationen dazu noch unzureichend für eine verlässliche Aussage Ich wusste, dass du das jetzt sagen würdest Fakten lassen sich nicht fehlinterpretieren Schon, aber ab wann ist es für dich ein Fakt? Bei 80%? Bei 90%? Das hängt von der Beschaffenheit der Fragestellung ab Ja, das meine ich Okay, ich möchte erstmal ganz kurz looten Hör mal, ich hab da wieder etwas... Jaaa, Junge, nein! Lass mich scheiße, ja Ohne Witz Ich will erstmal looten hier Hört auf mich alle voll zu labern hier Kommt dir erstmal hier der zweite Spinner an Und will hier direkt Ey, schluck mal jetzt auf Arbeit hier Will hier direkt Ey, zack, Junge, komm mal mit Komm mal mit, ich hab hier noch was Guck mal hier, guck mal da Ich hab da noch was Ey, hier Guck mal, guck dir das nochmal an Nein, leck mein Hahn Ich will erstmal hier looten Ich muss mich konzentrieren Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir Oh, ist Gut, dass du da bist Hatte ja auch noch Was ist los, wo ist mein Sohn? Er ist weggelaufen Was? Sagtest du nicht, du würdest dich um ihn kümmern? Es war nur eine Sekunde der Unachtsamkeit Glaubst du, ich mache mir keine Vorwürfe? Aber das nutzt ja nichts Er hat sich wieder etwas in den Kopf gesetzt Und wir wissen ja, dass ihn dann niemand aufhalten kann Der Junge hat eben einen sehr starken Willen Okay, was hat er sich in den Kopf gesetzt? Was hat er sich in den Kopf gesetzt? Was hat er sich in den Kopf gesetzt? Ist doch verrückt, der kleine Bengel Vielleicht bist du ja auf dem Weg dorthin Wie lange ist er denn schon verschwunden? Nur wenige Stunden Stunden? Oh man, da kann er mittlerweile überall sein Ich habe das Umland hier schon abgesucht Nichts Ich werde ihn finden Ich hoffe, dass ihm nichts passiert ist Wenn ich etwas tun kann Mit den lause Bengel Komm Ähm, was? Der scheiß schon wieder Du hast schon genug getan Das hier ist meine Aufgabe In Ordnung Dann bleibe ich Viel Glück Gerne Kann ich jetzt looten? Alleingang, ja, das ist erhöht Alter, ey Alter, guck mal, der hat wirklich nen NPC gekillt Siehste? Guck mal Schon krass, schon sehr krass Jut, alles klar Ist er hier auch tot? Nein Achso, ja, aber nicht Nicht loot mäßig Weißt er? Weißt er? Das Ding hier Da liegen bestimmt noch tausend Waffen rum Die ich jetzt nicht gefunden habe, oder? So, Tjalk Hier siehst du... Tjalk, erzähl mal Kann ich jetzt hier irgendwas ausbauen? Das war knapp So fühlt sich das also an Wenn man den Boden unter den Füßen verliert Ah, du hast ja keine Ahnung Vom eigenen Volk verraten und ausgestoßen zu werden Das bedeutet den Boden unter den Füßen zu verlieren Nice Nice, Intro Elex 1 Krass, ja, sieht schon echt deutlich blasser aus Da War sicher keine leichte Zeit für dich Nein, nicht wirklich Glaube ich gerne Doch im eigenen Zuhause vom Feind angegriffen zu werden, ist auch keine Kleinigkeit Gut, dass diese Bieste nichts mehr an ihre Herrchen weitergeben können, sonst hätten wir bald eine Garnison des Giants hier bei uns Was lässt dich glauben, dass sie das nicht könnten? Ähm, nun ja, sie sind alle erledigt Ich traue diesen Viechern mittlerweile eine ganze Menge zu Warum nicht auch so etwas wie Telepathie? Mach keinen Scheiß, Mann Dann hoffen wir besser, dass du Unrecht behältst Was kann ich noch tun, um unsere Situation zu verbessern? Ach, ähm, du bist ein bisschen komisch in letzter Zeit Fühlst du dich nicht gut? Ja, ich weiß, ich sollte dringend etwas gegen meine Aussätze unternehmen Ich kümmere mich darum, sobald ich die Zeit dazu finde Was wir brauchen könnten, sind noch mehr deiner Waffengefährten Insgesamt solltest du mindestens fünf vollwertige Waffengefährten in der Bastion stationiert haben Sie sind bestimmt nicht so einfach zu finden, ich weiß Aber ich schätze, du wirst dir schon etwas einfallen lassen, wie immer Wir werden unsere Bemühungen verdoppeln Ich glaube, ich habe drei oder so jetzt hier Ich dachte, ich kann hier mal irgendwie das Ding ein bisschen ausbauen Das wäre cool gewesen Ja, wo ist denn? Da hinten ist er doch, oder nicht? War das hier? Die Bastion ein bisschen ausbauen und sowas? Zeig mir, was du hast Zeig mir, was du hast Es gibt... Ja, ist okay Ist auch nur Crepe Starker Hölltrank hier, zick Presslufthammer, Pisse hier, was ist das hier, alle da, alle Scheiße hier Ich weiß, ob du das überhaupt verstehst, äh Toll Gut, wir haben gerade mal drei, oder was? Bully Hier Crony Ja, ist das nicht Fox? Warum bist du kein Waffengefährte? Hier Ich habe mit Kaya gesprochen, sie wird sich um dein Problem im Vorkümmern Allerdings wirst du erst einmal bei uns in der Bastion bleiben, bis die Dinge geklärt sind Ja, aber sicher doch Dann komme ich wenigstens mal ein wenig in der Gegend herum, was? Ah, mit Sicherheit ein besserer Job als im Fort die Putze zu machen Ich muss dir aber gestehen, dass ich mit meiner neu erworbenen Freiheit noch das ein oder andere ausprobieren möchte Ausprobieren? Naja, wie soll ich das sagen? Mir sind also ein paar Dinge um meine hübschen Örchen geflogen Nix Wildes, nur ein paar Uneinnehmlichkeiten, bei denen ich, sagen wir, latent beteiligt war Ja, Führer, sind das jetzt schon fünf oder was? Was? Du hast Mist gebaut und willst die Gelegenheit hier draußen nutzen, um sie wieder gerade zu biegen Wenn du das so sagst, dann hört sich das so hässlich an Nennen wir das Ganze doch einfach Außendienst Das klingt irgendwie schöner, findest du nicht? Und ganz nebenbei, ich könnte eventuell deine Hilfe dabei gut gebrauchen Ich meine, ich kämpfe für dich und du kämpfst für mich Darum geht es doch bei Waffengefährten, oder? Zange Du kannst mich mal Das ist doch nicht mein Problem Hör es dir doch erstmal an Es gibt da den einen oder anderen Trupp der Alps, der durch Tawazi Kommt ja schon mal vor Und rein zufällig könnte es ja sein, dass ich gerade zu der Zeit den Wachdienst über eins unserer Setzlingfelder hatte Und noch viel hypothetischer besteht ja die Möglichkeit, dass einer dieser Trupps einen der Setzlinge erbeutet und außer Landes verschleppt hat Ich weiß zufällig, wo diese Alps jetzt sind Du hast dir einen Setzling von den Alps klauen lassen Du bist immer so unentspannt in deiner Wortwahl Okay, würde ich sagen, ja Wo sind diese Alps, die angeblich dein Setzling haben? Wir holen dir das Ding zurück Alles Klärchen, wir müssen auch nicht weit, es ist quasi gleich um die Ecke Da drüben sind wir uns Ich fürchte, sie kriegen das große Brennen unter ihren Hauben, wenn sie uns sehen Jo, gute Nacht, schön, dass du da warst Und am Lurken warst Nachti, Nachti Und bis irgendwann später Keine Ahnung, was uns jetzt erwartet Halte dich im Hintergrund, ich werde mit ihnen verhandeln Ach ja, ich vergaß, du hörst ja auch zu dem Fall Also, was geht Das Schlimmste bei dieser Seuche ist das Gefühl des Kontrollverlastes Ich mach mich wahnsinnig Ah, mein Kopf Oh, dran geschafft, schützen Hör auf hier, ich will nicht mit dir reden Es ist so, als würde eine innere Stimmung mir sagen, was ich tun soll Ich darf nicht darauf hören Vielleicht hilft es ja, wenn ich laut Alarm rufe Nein, das hilft nicht Ruhig, wir klären das schon Was man da noch einmal sieht Einen Moment Suchst du etwas? Lagebericht Keine besonderen Vorkommnisse Was willst du? Ich bin auf der Suche nach einem Setzling der Berserker aus Tavar Ihr habt nicht rein zufällig so einen gesehen, mitgehen lassen oder ähnliches? Du fragst mich, ob wir einen Setzling der Berserker erbeutet haben? Die Frage muss ich mit Ja beantworten Ein spezieller Auftrag aus unserem Forschungszentrum Allerdings hatten wir ein kleines Problem mit dem Transport Ich konnte ja nicht ahnen, wie empfindlich diese Gewächse sind Ich bin Soldat, kein Gärtner Du willst mir damit sagen, dass der Setzling zerstört ist? Ja, richtig Sagte ich das nicht? Dann nichts für ungut Weitermachen Jawohl Gut Sieht ganz so aus, als wenn du deinen Setzling abschreiben kannst Sie hatten also wirklich keinen dabei, meinst du? Kein Setzling Und du glaubst, dass er nicht doch noch irgendwo... Was an kein Setzling verstehst du nicht? Und ich dachte, damit könnte ich mich im Fort zumindest teilweise wieder rehabilitieren Nein Ach ja, dann mach du mal weiter Ich denke noch mal ein wenig darüber nach Mir fällt schon noch was anderes ein Was ich brauche? Wollte ich eine Bastion? Ja, hier komm Ich brauche dich nicht mehr, halte dich in der Bastion bereit Alles klar So, gut Ist nicht die Bastion, ja, so Wir haben hier drei Also vier jetzt insgesamt Vier Waffengefährten Nyra kommt, glaube ich, leider nicht in die Bastion Das wäre ja noch sehr cool gewesen Wenn sie mitgeholfen hätte Ich glaube, das macht sie fast nicht, aber gut, mal gucken Die Unbarmherzige Äh, da muss... Okay, Waffengefährten für die sechste Macht Cyborg mit Ambition Aha Jut, dann holen wir uns die Cyborg An einer Seite Ist der immer noch an derselben Stelle? Habe ich wahrscheinlich einfach nur nochmal mit dem reden müssen, oder? Ich glaube, der ist immer noch da, wo wir mit dem jagen gegangen sind Was ist hier? Oh, da ist noch eine Spinne, da oben ist es so ein... Irgendwie ist das immer viel zu selten, voll cool Warte mal, hab ich nicht... Äh... 5k xp, wa? Oh, die Dinger Ja, cute 5k xp noch, oder so Also 20, 30 Mobs Noch, und dann... Dann haben wir's Basically, also dann kann ich zumindest durch Tränke den Rest ausgleichen Ja, wie gesagt, eigentlich lohnt sich das nicht so richtig Ja, warte mal Ich bin als 28er Sagen wir schon 29, aber ne 30 möchte heute auf jeden Fall noch kommen Vorher kann ich den Stream nicht ausmachen Dann können wir nämlich Alp werden Und dann ist alles Tutti Und dann ist es eigentlich basically... Ah, dann können wir eigentlich Hauptquests durchballern So gut es geht Wenn das überhaupt geht Was machst du denn sonst so? Ich habe in letzter Zeit eine Menge Auftragsarbeiten angenommen Den Erlös meiner Dienstleistungen nutze ich meist für die Wartung meiner Ausrüstung Du bist ein Söldner? Im weitesten Sinne könnte man das so bezeichnen Natürlich tue ich es vornehmlich für die Gemeinschaft der Kleriker Wie wäre es, wenn du mir in Zukunft bei meiner Sache als Waffengefährte aushilfst? Warum nicht? Ich habe gerade ein bisschen Zeit, die ich erübrigen kann Heißt aber auch, dass ich noch den einen oder anderen Auftrag anderweitig ausführen muss Von mir aus, das lässt dich einrichten Wo genau geht's hin? In die Bastion Ah ja Ich hörte davon Einige Kämpfer haben sich dort oben stationiert Ich hätte eigentlich auch darauf kommen können, dass es deine Leute sind Gut, dann verhandeln wir jetzt über meinen Preis Was? Eher lasse ich dich verschrotten, als dass ich dir auch nur einen Krümel-Elexid gebe Nein, wenn ich meine Studien fortsetzen will, würde ich deine Dienste als meinen menschlichen Mentor hin und wieder gerne in Anspruch nehmen Darüber können wir reden Gut, dann bin ich dabei Alles klar, gut Ich habe die letzte Zeit wenig Zuspruch oder Unterstützung von deiner Seite erfahren dürfen Ich beginne darüber nachzudenken, ob es eine gute Idee ist, dir noch weiter zu folgen, wenn dieser Zustand so bleibt Ja, das ist okay 1, 2, 3, 4, ja, müssen jetzt 5 sein, oder was? So Waffengefährten, wenn ich Glück zusammen habe, soll ich mich dabei melden, ja Alleingang, da gehen wir dann auch gleich nochmal hin Was wurde mal? Nasty Aber haben wir jetzt nicht 5? Wissen wir noch viel, ne Der andere ist ja noch unterwegs Aber könnte ich jetzt nicht irgendwo pendeln, dann müsste er da sein Hier ein Bett irgendwo, spontan Ja, das Bett Dann bis zum nächsten Morgen Was ist das denn gerade für ein Knautschgesicht? Mein Bestreben, die Menschheit einzuwollen, wurde über die Jahre ziemlich stropaziert Der andere Aaaaah Wäre noch cooler gewesen, wenn Wenn er dann halt da wäre Wenn, äh Man halt eben danach pennt Aber ja Warte mal, Nasty ist bei den Morkons, oder was? Das würde mich ja eigentlich schon nochmal interessieren Aber die sind jetzt nicht hier oben, oder? Wir müssen ja eh nochmal ein bisschen warten, bis Falk dann da ist Oder ist die hier unten irgendwie eingeklemmt, oder so Nasty ist ja so ein bisschen mein Favourite Und For obvious reasons Hm Na hat egal, wir müssen die Viecher killen Wie gesagt, wir brauchen die XP Jedes bisschen XP grinden, was geht Bam bam bam, dann ist noch ein Vieh Bam Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Das haben wir uns spannen lassen, oder? Klebebahn, Zeug Basically brauche ich eigentlich nur noch Treibstoff Ja, basically brauche ich eigentlich nur noch Treibstoff Viecher killen, weil die droppen immer so einen Haufen geilen Shit Was man schön verkaufen kann Was ist das denn? Doch das ist entweder, oder? Was ist das? Ich weiß nicht, was er ist Was ist denn nun? Aber hur ist das denn? Was ist das? B Ai, der, der So ein kleines süßes Ding. Oh, ist er nur da drüben? Oh Gott. Was geht denn hier ab? Banditen? Geil. Geil. Lass mir mal schön meine Bücher anrufen. Alle mir. Alle mir. Alle mir. Oh Gott. Oh, zum Glück hat die Leichen mit die Mine ausgebissen. Dann will ich mich nicht bescheuert haben. Was wird denn das hier, wenn es fertig ist, mein Freund? Ich hab mir so ein bisschen Pudi an, ey. So, auf. Geil. Dass wir nochmal Banditen killen dürfen. Meine Partner. Dann sind wir noch nicht bescheuert. Ich hab das. Das ist ja auch immer Bescheuert. Ich hab's mir da. Du bist ja auch immer Bescheuert. Nice, oh nice. Es ist nice. Das ist wirklich das Geilste, die Minigames haben sie richtig gut hingekriegt. Kleiner, kleiner, größer. So, 0 ist gleich als 1. 1 ist kleiner als 3, ist größer als 2. Okay, 0 ist schon mal richtig. So, dann machen wir 4, 5, 7 oder was? 7 kommt schon mal vor. 6, 9, 8. Alter, jetzt reicht es aber auch hier. So, 0, 9 haben wir jetzt drin. Wir haben doch alle, das ist wirklich doof. Äh, 7, 6 muss da noch rein. 9 ist größer als 7 und 6, leider. Und 6 und 7 sind auch kleiner als 9. Ah. Ah, aber sie muss vorne hin. Ja, ja. Geht doch. Al, na, so lala. Ding. Elexit. Ja. Ich brauche immer noch so ein Elex, äh Quatsch, so ein Intelligenz-Spezialisierungs-Ding. Ey, das wäre nochmal so ein Ding. Da würde ich gerne mal, da, es gibt es viele Uhren, die ich mir stellen würde, aber das wäre so eine Uhr, die würde ich mir richtig gerne stellen. Alter, jo. Geil. Geil. Zwei Attributspunkte gefunden und in der Zwischenzeit zweimal Geschick. Alter, krass ja, ja. Echt viel Kram. Viele Tränke mittlerweile haben wir so gefunden. Ähm. Ja, nice. Aber mit dem nächsten Level ab haben wir es ja schon. Ja, geil. Können wir da die höchste Stufe skillen? Das ist natürlich geil. Sehr schön, das gefällt mir. So, wie gesagt, ich glaube Nasty, die ist eher in der Grotte drin, wa? Die würde ich eigentlich auch gerne alle ausrotten, ey. Aber wie gesagt, das finde ich ein bisschen schade, ich habe mir das so cool gefunden. Und hier noch irgendwie, ich meine ja, es passt natürlich nicht so richtig, weil sie dann ja alle immer sagen, äh, aber die große Bedrohung und wir sollen uns ja nicht um unsere kleinen Kriege kümmern und bla bla. Aber, boah, wäre das cool, hier irgendwie Krieg gegen die anderen Völker zu führen. Na, kommt's jetzt? Ah, nice, der ist er. So, mein Freund, das wird dich lehren mir noch einmal zu widersprechen. Ach, schau mal einer an. Wen haben wir denn da? Du kommst genau richtig zu unserer kleinen Party. Ach, der hier ist fertig. Aber ich noch nicht. Wie wär's? Vielleicht willst du ja seinen Platz einnehmen. Nasty, wie ich sehe, hast du dich kaum verändert. Das gilt ganz offensichtlich nicht für dich, du Penner. Vergammelst du immer noch in deiner kleinen, dreckigen Ruine da unten? Nein, nicht mehr, das ist, äh, ja, es ist kompliziert. Was machst du eigentlich hier? Du gehörst doch eigentlich zu den Outlaws. Ach, die Scheiße im Vor kann ich mir nicht antun. Jetzt, wo die Berserker dort das Sagen haben, ne, lass mal. Und Bexter, der Dug von dem Dreckloch, das er Stadt nennt, da oben im Krater. Der Hurensohn würde mich von meinen eigenen Leuten wieder ganz von unten anfangen lassen. Da bin ich lieber hier bei den Fanatikern. Die sprechen wenigstens meine Sprache. Ah, Tusche. Ach, Nasty, ey. Sieht so aus, als hättest du es dir gut gehen lassen, hier in der Grotte. Es ist wie überall. Wenn ich mal fest auftrete, kleben sie mir am Arsch. Aber wem sage ich das? Du warst ja auch nie ein Kind von Traurigkeit, oder? Mal gucken, was jetzt kommt. Hä? Ja? 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 Bist du immer noch mit der kleinen Schlampe unterwegs? Wie hieß sie noch klein? Ja? Ey, Kaija. Ich habe gehört, du hast jetzt so einen Balk mit ihr. Ja, das stimmt. Aber, ähm, ja. Wir haben unsere Momente. Ja, ja. Mach dir mal. Geht mich ja nichts an. Hä? Oh Mann, ey. Es wäre so cool gewesen, wenn man mit ihr zusammengekommen wäre. Auf den Penner habe ich keinen Bock. Seitdem die Berserker damals von seinem Thron im Vor getreten hatten. Aber nein. Ist er nur noch ein kleiner Ganove irgendwo an der Küste. Er ist heute kein Duke mehr, aber er führt sich immer noch so auf. Knackt Köpfe, mordet und plündert. Wie immer. Sola! Ja, ich habe andere Pläne. Was sind deine Pläne? Was hast du vor? Die Morgons mögen Arschlöcher sein, aber sie bringen die Dinge nach vorne. Endlich mal Leute auf diesem verdammten Planeten, die den direkten Weg nehmen und ohne Umschweife auf den Punkt kommen. Ja, das passt zu dir. Trotzdem haben sie nicht die Cleverness, auch über die Landesgrenzen hinaus ihre Stärken auszuspielen. Ich meine, guck dir die Scheiße hier doch mal an. Eigentlich müssten alle hier schon lange aus ihrem Loch gekrochen sein. Manchmal habe ich das Gefühl, sie scheißen sich vor Angst vor den anderen Gilden die Hosen voll. Lass sie doch einfach verrecken. Warum kümmert dich das? Lass sie doch einfach verrecken. Vielleicht später, aber im Moment habe ich durch sie gewisse Vorteile. Um die Sache hier voranzubringen, brauchen die Morgons einen diplomatischen Vertreter, der den anderen Gilden beibringt, wie die Sache hier läuft. Seit wann interessierst du dich für jemand anderen als dich selbst? Sei kein Arschloch. Ich bin schon oft genug für andere in die Schlacht gezogen. Und das weißt du auch. Ah nice, dass das zumindest Karnon ist, dass sie quasi den ersten Angriff auf den ersten Kollektor sozusagen begleitet hat. Das habe ich ja damals auch gespielt. Ich habe sie ja auch als Hauptbegleiterin mitgenommen. Und sie hat sich erst... Ah, das war cool gemacht auf jeden Fall, damals im ersten Teil. Sie hat sich erst ganz schön gewehrt, über den Klerikern mitzumachen und so. Und dann irgendwann konntest du sie dann ja doch überzeugen und so. Schon mal rausgeguckt? Überall stehen diese dunklen Türme und überziehen das Land mit Krieg und Bestilenz. Wir sind hier unten blind und taub. Das einzige, was wir von draußen wissen, ist das, was vereinzelte Vandalen auf ihren Raubzügen mitkriegen. Das reicht nicht. Wir müssen mit den Oberhäuptern der anderen Gilden irgendwie verhandeln. Sonst stehen wir ziemlich schnell alleine da und kriegen den Arsch aufgerissen. Ja, hier komm. Direkt straight up. Ich bin auf der Suche nach guten Leuten und deine Fähigkeiten könnte ich dabei gut gebrauchen. Erzähl weiter. Oben in der alten Bastion von Karakis versammeln sich Abtrünnige und Menschen, die gegen die Eindringlinge mit ihren dunklen Türmen kämpfen. Ich weiß das. Ich habe von euch gehört. Was glaubst du, warum ich dir von meinen Plänen erzählt habe? Ähm, keine Ahnung. Ich mach dir einen Vorschlag. Ich unterstütze deine Scheiße da oben in deiner Bastion und du unterstützt meine. Was heißt das genau? Worauf lasse ich mich da ein? Die meisten Oberhäupter der anderen Gilden kriegen das große Flattern, sobald sie mich sehen. Also brauche ich einen Leumund und Berater. Jemanden, der sich mit solchen Typen auskennt. Jemanden, der mich zu ihnen bringt und mir den Rücken frei hält, wenn es mal nicht so läuft wie geplant. Okay, ja. Ja, äh... Okay, ich helfe dir bei deinem, äh... Besser, bei ihr würde ich sogar gerne die Quests machen. Endlich mal eine böse Gefährtin, ey. Die anderen sind alle immer so, äh... Ich hab leider nicht viel Wahl gehabt. Ich wette, ich finde da nur einen Haufen alte Säcke und ein paar Säufer, die sich verlaufen haben. Du wirst es ja sehen. Also dann, wir reden später. Hey, und griffst mir nicht immer auf den Arsch. So, okay. Ah, okay. Ah, okay, okay! Okay, hast du recht. Hast du recht. Ist nicht, ist nicht immer nett. Ist nicht immer nett. Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. Ah, nice, so. Alleingang, so gehen wir da an. Zum Glück ist Dexy markiert auf der Karte. Da hat direkt jemand die... Koordinaten... ...auf meiner DUTOR geladen. Besser hat aber... Die Sonne hat einfach direkt einen... ...GPS-Chip installiert, aber keiner kann ihn nutzen, außer ich oder so. Oha. Oha. Ach. Was ist das, ey? So ollen Flugviecher, ey. Ja, Mann, ich wünschte, ich könnte irgendwas gegen euch machen. Aber ich kann leider nicht so richtig. Kann leider nur gerade ausschlagen. Wird zwar schon schwebend geskillt, aber... ...schwebend kann ich meine... ...Dings leider nicht verwenden. Okay, ist egal. Lassen wir die Viecher hier rumfliegen hier. Passt schon. Ah, so ne Mann. Es geht. Wie ist denn du da? Harzog? Dex? Dex! Verdammt, Dex! Vater? Das ist ihr Ekrom. Warum? Hm. Hey, mein Junge. Hey. Geht es dir gut? Eigentlich schon, aber... ...Vater... ...darf ich dir mal eine Frage stellen? Natürlich. Wie ist das eigentlich, wenn man sein Bewusstsein verliert? Na, nicht besonders gut. Es ist so... ...als würde man dir einfach eine gewisse Zeitspanne stehlen. Warum fragst du? Ich habe das Gefühl, dass es mir soeben genauso erging. Weißt du? Bist du gebissen worden? Nein, Vater. Aber diese Forme haben eine gewisse Wirkung auf mich. Na, siehst du doch. Sie sehen dir doch nur an, wie groß sie sind. Hör zu. Du bleibst in Zukunft in meiner oder Askars Nähe. Ich sag's dir, der Junge, der hat hier Dings... ...der Assi. Der Alte. Aber ich war nicht alleine. Großvater war doch bei ihm. Der nutzt mich nur. Wie bitte? Was hast du gesagt? Ja, Badek hat schon gesagt, dass du so weit bist. Ah, das war mein Vater da gerade. Darum ist er auch schnell wieder gegangen, bevor er dir über den Weg läuft. Oh, krass. Ja, der Alte, Adam. Der hat hier... Der hat ja auch... Ja, 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 ja. Es röselt sich langsam auf. Der hat hier meinen Sohn einfach bedingst hier. Und jetzt tut er halt so... ...als ob er mir hilft mit meiner Infektion und bla 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 und so, ja. Und dann macht er einen auf Good Guy. Und will aber in Wahrheit eigentlich nur... Es hat wahrscheinlich irgendwie Experimente an meinem Sohn gemacht, oder was? Hm, keine Ahnung. Aber wenn er schon sagt, er fühlt sich da irgendwie von diesem Forma angezogen, hingezogen. Und die droppen alle dieses Spielzeug. Nicht alle, aber manche. Also richtig, aber warum und wie und was, aber... Aber ja, irgendwas, da ist Böses im Busch auf jeden Fall. Was soll ich bloß mit dir machen, mein Junge? Was soll ich bloß mit dir machen? Deine Mutter hat sich große Sorgen gemacht. Jetzt hör aber mal auf. Ich bin kein dummes naives Kind, das glaubt mit Alufolie auf dem Kopf, die bösen Gedanken an Griffe der Fremden abzuwehren. Alter. Mach, Junge. Jetzt hör aber mal auf, sagt er. Ja, und er sagte mir, dass er dein Vater Wadek ist. Was hat er sonst noch gesagt? Oh, beobachtet er uns in der Zeit? Er hat mir geholfen, bis fast zum Forma zu gelangen. Ich weiß nicht, warum du ihn nicht magst. Er ist doch ganz nett. Von wem hast du das? Mutter hat mir erzählt, ihr hättet euch gestritten. Vertraue keinen fremden Männern, sie könnten dich anlügen. Halte dich an deine Eltern oder Aska. Aber... Na schön, Vater. Was wolltest du da draußen überhaupt? Ich wollte das Land der Fremden sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit ihnen nicht vernünftig sprechen kann. Das ist sehr leichtsinnig von dir. Du bist noch ein Kind. Sie würden dich töten, wenn sie dich finden. Ich glaube, dass auch der kleinste Funke ein Feuer entfachen kann, Vater. Das hast du früher einmal selbst gesagt. Hm. Ich will nicht, dass die Fremden gegen uns kämpfen. Im Moment lassen sie uns keine Ahnung. Ah. Und der Kleine ist dann der Kommunikator? Hat dich dieser Mann dazu überredet? Nein, er hat mir nur geholfen. Aha. Das ist natürlich krass. Ich sage, in den Forma ist etwas. So wie ein Geist oder so, nur viel mächtiger. Ich kann es spüren. Es kann uns helfen, Vater. Wir müssen nur seiner Stimme zuhren und es verstehen lernen. Dex. Wer weiß. Vielleicht hast du sogar recht, aber es ist einfach zu gefährlich. Ja, ich weiß. Aber ich habe jetzt einen Forma gesehen. Und ich weiß jetzt, dass wir eines Tages in einen von ihnen gehen werden. Wir werden dort finden, was ich meine. Und es wird dir helfen, den Krieg gegen die Fremden zu entscheiden. Wart's nur ab. Okay, schon gut. Wir müssen aber jetzt erst einmal hier weg. Ich bin nicht zurück in den Westen. Ist gut, Vater. Der wird wahrscheinlich so ein bisschen von Adam manipuliert worden sein, früh. Schon mit Genmanipulationen oder so'n Scheiß. Keine Ahnung. Vielleicht verheimlicht Kaya mir das sogar. Und sie weiß das schon. Und er wird dann vermutlich am Ende in der Lage sein, mit denen zu reden. Weil er wahrscheinlich selber dieses dunkle Elex im Körper hat. Und eben dann halt auch diesen Kram sprechen kann. Hä, ist ja schon schön abgefahren, ey. Ach, Nessie. Nice, schön, dass wir dich endlich bei uns haben, ja. Lass mich mal erstmal kurz mit T-Alg reden und dann... Jetzt sind wir ja fünf. Ja. Der Berserker Fox ist ein ziemlich guter Jäger. Könnte ich Nessie noch nicht erwähnen. Ah, ja. Ich hörte diesen Namen schon einmal. Einsatzempfehlung? Nun ja. In Ordnung, ich weiß Bescheid. Weiter so. Wir können hier jeden gebrauchen. Du hast die Nessie mit einem Gelenow-Waffengefährten rekrutiert, dass es eigentlich für den Moment reichen müsste. Interessante Truppe ist das. In der Tat. Was steht als nächstes an? Lass mich erst noch einmal eine Bestandsaufnahme machen. Dann sehe ich besser, wo wir gerade stehen. Ich geb dir Bescheid, wenn ich wieder deine Hilfe brauche. Vielen Dank. Es wäre geil, wenn man so ein bisschen wirklich Leute rekrutieren könnte. Also halt ganz normale Leute rekrutieren oder sowas. Es wäre cool, wenn sie das wirklich aus Elex 1 ein bisschen weiter ausgebaut hätten. Aber scheinbar haben sie es sogar noch ein bisschen reduziert leider. Ach und äh... Ist okay, kann ich jetzt irgendwas machen bei dir? Dann ziehe ich wieder meinen Anfall. Tartagorak. Isora. Emre. Wo ist jetzt? Hä? Was ist denn jetzt los? Verdammt, wo bin ich? Wieder einer dieser Aussetzer. Was für eine Scheiße. Es wird immer schlimmer. Was habe ich getan? Mir fehlen ein paar Stunden. Diese verfluchte Infektion. Wenn ich will, dass das aufhört, werde ich mich darum kümmern müssen. Oh man. So ein Dreck. Krass. Der Unbarmherziger. Mal kannst du sein. Na ja, okay. Mit Viktor. Wissen ist macht. Zum Glück ist Decks wohl auf. Jetzt können wir erstmal wieder um meine eigenen Probleme kümmern. Toll. Gut. Erstmal. Zack. Zack. Flatsch. Wisst ihr was das bedeutet? Das bedeutet. Wir können jetzt hier oben hingehen. Pass auf, ich zeige euch was das bedeutet. Pass auf. Wird krass jetzt. Lass uns erstmal blenden. Vom krassen Schnee her. Das ist aber auch echt. Das tut echt die weh in den Augen, ey. Ist schon ein bisschen besser. So. Dann reden wir mit Kell. Lass nochmal die Kelle raus. Hol die Kelle raus. Hol die Kelle raus. Nice. Das bedeutet das nämlich 349 Schaden. Maximal Schaden. Hohoho. Geil. So. Gerissenheit können wir jetzt skillen. Jetzt können wir richtig, richtig Gerissenheit skillen. Wurde ich gar nicht. So. Regeneriert deine Lebenspunkte. Eigentlich können wir auch ein bisschen mehr Dings. Warte mal zwei, drei. Ja. Auch eigentlich gar nicht mehr so viel, wa? Vielleicht können wir schon mal ein bisschen extra Lebenspunkte reinvollern. Also einen erstmal. Vielleicht können wir noch mehr Tränke brauchen. Ach komm, wir brauchen sicherlich mehr Tränke noch irgendwann. Gehen wir da nochmal rüber. Gerissenheit. Können wir jetzt auch nochmal skillen. Bam. Alter. Jetzt müsste ich ja richtig. Jetzt müssten die Merle gar nichts mehr können, ey. Äh. Warte mal. Fähigkeit. Kann ich jetzt nicht weiter skillen, ne? Da brauche ich noch ganz viel Attributspunkte für. Können wir denn irgendwas anderes sinnvolles schon mal skillen? Weil die zwei Sachen das ja auf jeden Fall noch was, was ich gerne skillen möchte. Perspektivisch. Das würde mein Damage. Damage, Damage. Auch nochmal erhöhen. Nice. Berserker voll geskillt. Das ist schon mal gut. Ja, das können wir halt machen. Ja, am Jetpack-Tisch. Da gehen wir auch gleich nochmal hin. Und sonst haben wir schon echt super viel geskillt. Gerissenheit. Genau für die Attributspunkte deswegen. Also Gerissenheit ist jetzt... Oh, warte mal. Wir können jetzt bestimmt die Tränke brauchen, oder? Jetzt brauchen wir keinen Int mehr. Jetzt reicht's ja hier... Ach, da haben wir nur eins von auch. Schade. Na gut, wir lassen uns erstmal kurz zu Nyra gehen. Weil Nyra hat immer den Dings. Den Jetpack-Tisch. Können wir da schon mal Treibstoff reinballern? Und dann müssen wir mal schauen, wie wir das am schlauesten machen. Also langsam ist es echt eine Überlegung wert, doch die Attributspunkte zu skillen und keine Lernpunkte. Aber so richtig halt auch nicht. Ist halt doof, dass alles gleich viel Elex kostet. Dadurch ist es eigentlich... Ja... Ich kann so... Also schon recht klar... Was worth it ist und was nicht so... Ist der Assi auch noch da? Ja, komm her, hier. Laber mich wieder an. Lass mich in Ruhe. Piss dich. Das kostet sogar LP. Das ist aber nicht so gut. Außerdem, wie gesagt, brauche ich eigentlich auch nicht. So... Jetzt ist die Frage. Wir können... Also das machen wir auf jeden Fall. Wir gehen uns erstmal... Ein... Dingens... Trank. Also Gerissenheitstränke brauen. Also ein... Trank. Mein Gott. Und dann... Ist die ganz große Frage. Brauchen... Brauchen wir uns einen Haufen... Attributstränke? Dann können wir da noch ein bisschen Gerissenheit skillen. Dann werden mir aber am Ende des Tages wieder LP fehlen. Oder Leveln war einfach... Ne Quatsch, ich will gar nicht von ihr lernen jetzt erstmal. Ich will... Hier nur an den Tisch ran. Achso, ich habe gar nicht gelesen jetzt hier. Stärke, Gerissenheit, da. Können wir noch mehr machen? Na komm, Stärke... Ent... Schick, Con... Da habe ich jetzt auch nicht viel von. So... Na gut, lass uns erstmal nochmal schauen, wie viel wir jetzt haben. Wir haben jetzt einmal... Soweit. Das bedeutet, dass ich 38 Gerissenheit habe und um die nächsten Sachen zu skillen brauche ich 50. Das sind noch 12. 12 mal 2, glaube ich, ne? Ja, 24 Attributspunkte, was halt enorm viel ist. Das braucht 45. Das sind auch nochmal... 7, 14 würde das nur brauchen. 14 Attributspunkte. Also 13 quasi. Wie viele Attributstränke kriegen wir raus? 7. Ah, genau die Hälfte, toll. Und der Bottleneck ist auf jeden Fall das Elex. Hätte ich ultra viel Elex. Ah, warte mal, das kostet gar nicht gleich viel Elex, sehe ich gerade. Da könnte ich 7 draus machen, da könnte ich gerade mal 3 draus machen. Was? Ne, mehr. Also 3, ja. 3 LP könnte ich daraus machen. Oh, und das kostet halt nur die Hälfte davon. Da könnte ich ja schon moderat viel draus machen. Hm. Lohnt sich halt so oder so nicht so richtig. Ah, so Alpscouts. Schade. Irgendwie alles nischt. Na gut, okay. Ich glaube, ich level erstmal lieber. Denn als Commander könnten wir da vielleicht nochmal ein bisschen was anderes später können. Keine Ahnung. Gut. Dann machen wir das hier, würde ich sagen. Und reden nochmal mit dem Morkon-Chef. Victor. Ich würde mich das mal kurz interessieren. Wie stark sind wir jetzt? Wir müssen ja jetzt echt immer so ein Drittel stärker sein oder sowas. Was schon ziemlich geil ist eigentlich. Ich würde jetzt auch die Wachen killen können. Die haben ja keinen. Weil die sind ja... Die haben jetzt keinen, der... ...her sie sieht. Oh Gott. Da ist ja heute wieder مشampазVideo. Ist kein Verbrechen gemeldet. Hey. Wollen wir noch gleich rein? In den Fallspeicher. Wir müssen unsere Kräfte bündeln und sie gegen die Sky-Ens einsetzen. Sky-Ens? Sky-Ens? Du gehst vor den fremden Eindringlingen? Warum sollten wir Morkons uns gegen sie wehren? Je mehr Schaden sie bei den anderen Gilden anrichten, umso näher werden wir unser Ziel anrufen. Bei den anderen, aber die werden vielleicht doch euch angreifen. Die Vernichtung der gesamten Menschheit ist damit unausweichlich. Du scheinst noch nicht begriffen zu haben, worum es bei unserer göttlichen Mission wirklich geht. Sehe ich aus wie ein Idiot? Du Halbaffe, verschwendest deine Zeit. Besser ich erkläre es dir einmal zu viel, als einmal zu wenig. Zerstöre die Ketzer zur absoluten Unkenntlichkeit. Bringe ihnen den Krieg der Erkenntnis. Bestrafe sie und dann erlöse sie von ihrem Leid. Töte sie, verbrenne sie zur Asche. Darin liegt die einzige Weisheit eines jeden Morkons. Die eine Spezies durch eine andere zu ersetzen, scheint mir nicht der Weg zu sein, wie die göttliche Mission der Morkons gelingen wird. Die Sky-Ens vernichten zwar die gesamte Menschheit, doch sie werden sich anschließend selbst in Magallan einnisten. Ich sehe den Punkt. Doch wie würde die Alternative aussehen? Sollen wir Morkons uns aufreiben in einem Krieg, um die Menschheit zu schützen, zu deren Vernichtung wir verpflichtet sind? Die Sky-Ens werden noch lange weiter existieren, auch wenn wir alle dann schon nicht mehr da sind. Du Großmaul! Dann sag mir doch mal, wie du die Sky-Ens daran hindern willst, diesen Planeten zu erobern und ihn zu besiedeln! Eine neue Macht erhebt sich in Karakis. Sie wird den Kampf gegen die Sky-Ens aufnehmen. Woher weiß ich... Also richtig ergibt das auch alles Kinsen. Ich bin mit ihnen in Kontakt. Ja, wobei doch... Sie brauchen allerdings Unterstützung. Weil der alte Adam könnte ja immer noch die Gruppe aufbauen. Also müsst ihr die Gruppe noch aufbauen, ja. Damit... Das sind ja große Ambitionen. Und klingt für mich auch wenig überzeugend. Dachte mir nämlich gerade so, naja, wenn Adam auch... So ein bisschen mit den Sky-Ens unter einer Decke steckt und eigentlich der Böse ist. Der Böse ist der Böse. Und Bewahrer der Schöpfung? Die wahrscheinlich größten Ketzer Magallans. Ausgerottet gehören sie. Nein, sie sind nicht die Berserker. Diese neue Gemeinschaft ist eine gänzlich neue Formation und hat gerade ihre Tätigkeit aufgenommen. Wer sind sie? Wie viele sind sie? Wo ist das Hauptquartier? Und was genau haben sie vor? Das werde ich dir alles mitteilen, sobald wir ein Abkommen getroffen haben, dass wir uns nicht gegenseitig in den Rücken fallen. Bevor ich das ernst nehme, sollen sie erst einmal unter Beweis stellen, dass sie es mit einer Brigade der Sky-Ens aufnehmen können. Ich kann es auch alleine mit dir aufnehmen wollen. Ich kann eine schöne Nachricht, dass die Sky-Ens gerade in diesem Moment begonnen haben, mit Teilen ihrer Truppen auszurücken. Alter, XP. Alter, wie viele Viecher das sind. Das bedeutet, das sind ungefähr 3000 XP, die da gerade rumstehen. Das bedeutet, der Commander-Titel ist zum Greifen nah. Okay, naja, versteht ihr das? Könnt ihr das mal nachvollziehen ein bisschen? Ja, naja, jetzt, ob wir das Elex in eine Tankstelle reinstecken oder was? Was? Ich soll erst mal eine Cola-Dose holen, oder was? Achso, hier läuft's im Knoten unter mir ausgleichen. Sie besetzen strategische Punkte überall im Magala. Geil, überall im Magala gibt's XP. Ich soll den Ball dieser merkwürdigen Infinite-Skys-Wahrzeichen der alten Welt für ihre Zwecke einsetzen. Was auch immer sie dort veranstalten, wenn diese neue Macht die Sky-Ens Truppen vernichten kann, dann, aber auch nur dann, werden wir weitere Dinge in dieser Sache besprechen. In Ordnung. Dann gehe ich davon aus, dass du so lange die Füße stillhalten wirst, bis die Sache erledigt ist. Hm. Na gut. Aber viel Zeit wird ihnen nicht bleiben. Es wird darauf ankommen, wie schnell diese neue Macht, von der du da sprichst, ihre wahre Effektivität unter Beweis stellt. So, und nun werde ich mich weiter meinen Aufgaben widmen. Ich habe eine göttliche Mission zu erfüllen. Warte mal, hier ist grad keiner. Warte mal. Ah, das ist doch jemand. Scheiße. Alter, ich mach Damage ohne Ende, ey. Fucking Victor kann einfach gar nichts. Hier, das war's mit dir. Hier ist einfach One-Hit. Ich weiß nicht mal, hab dich noch nie gesehen, hier, Iwiga. Komm her. Ich weiß nicht, was willst du hier? Boah, Alter. Was willst du denn die Gestachtkülle denn im Start, ey? Komm her. Ich dachte, ich bin stärker als Victor. Ich hab's beim Mord gesehen. Oh, leck mich im Arsch. Wer ist denn das? Wer sieht mich denn hier? So, pass auf. Kann Victor jetzt mal wieder aufstehen? Wenn das jetzt hier bloß der eine Mord ist und ich muss einmal 1000 Gold bezahlen, wäre das ja okay. Wenn ich dagegen heiße, muss ich nicht mal irgendwas sagen. Die beiden, oder was? Die machen doch grad gar nichts. Die beiden, oder was? Die beiden, oder was? Ich verstehe, die beiden können wir wieder aufstehen. So... Sie können doch wieder aufstehen. Oh, hallo. Sarina klären, ja. Wir sind die auserwählten Ravaks. Wir sind seine Peiniger und seine Gepeinigten, seine Friedensbringer. Ich habe dich bereits erwartet. Du wirst angeklagt, in einem Kampf verwickelt gewesen zu sein. Ja, sorry. Ravak verlangt, dass du deine Strafe mit Splittern und Blut bezahlst oder du wirst die Konsequenzen tragen müssen. Also 50... Basically, Ravak kann nicht mal. Aber dann sind die ja wieder dauerhaft pisst irgendwie. Ich bezahle meine Strafe. Eine weise Entscheidung. Ravak verlangt ein Blutopfer, um dich reinzuwaschen. Tritt an den Altar. Was? Lass dir das eine Leere sein. Und nun geh und lasse deine Wunde heilen. Lol. Alter. Aber mal bis so... Bis so ein HP runter... runtergegrindet. Aber hier, die 50 Dings nehme ich doch... Pfff. Ich nehme doch in Kauf hier so. Wie teuer ist das jetzt hier? Hier, stirb. Komm, Junge. Kann ich dich jetzt mal anweseln? Ach, was? Verdammter Wimpf. Wenn es auch noch 50 Spitter sind, ey. Dann ist es ja... Die Morkons sind ja mein Lieblingsvolk hier. Hier, komm. Ich brauche keiner. Habe ich den getötet worden? Wir sind beide tot. Wir haben uns als Mord gesehen. So schauen wir mal. Welche Dinge mit mir? Hallo? Wo bist du? Dixon? Ich habe keinen Plan, wo ich hier bin, ey. Ah, hier doch. Ich weiß, wo ich bin, glaube ich. Äh, vor allem war so komisch reingeguckt. Schon vorhin. Kannst du hier mal wieder aufstehen jetzt? Ah, danke. Oh, hallo? Ah, damit habe ich irgendwie ein Verbrechen gemeldet. Hallo, ich würde gerne mein Gewissen wieder reinwaschen. Verzieh dich. 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 Das ist klar. Okay, pass auf. Wir machen nochmal ein bisschen mehr Stunk hier. Wir müssen ja eh am Ende... Dann sind wir wieder bei Irina da. Hä? Was? Das war sogar eine Quest! Für irgendwen, keine Ahnung. Warte. Ich setze ihn nach. Das war's jetzt, oder was? Ja. Also und sie... Mocht ihr jetzt da irgendwas? Irgendwann muss ich mich jetzt nochmal melden. Wenn das einfach nur... Ich habe... Ja. Hä? Ich bin zart. Jut. Leute, ihr seid da hier... Ja, ja, ja. Mach mal. Hat mich noch jemand gemeldet? Müssen wir das Blutopfer nehmen, das ist immer scheiße. Eigentlich muss ich erst die gesamte Stadt leer kloppen. Bevor ich zu ihr gehe. Und dann zahle ich da halt einmal die... Was weiß ich, für mich ist das auch 1k Splitter? Das ist mir eigentlich schon fast ein Schnuppe. Ach, komm. Nochmal. Ja, ja, komm. 20 Splitter. Scheiße, ja. Ja, komm. Das einzig Nervige ist halt, dass... Mit dem Blutopfer eigentlich... Das ist schon dumm, mich hier... Die Metall trinken, jetzt voll zu ballern. Geil, ey. Endlich mal eine Stadt, die man ausrotten kann... Und die jetzt ein bisschen XP rausquetschen kann. Schön stumpf. So. Oh, fuck. Das blöd ist, dass die Wachen halt wirklich sterben. Würde ich hier alle nur bewusst was klopfen können, wäre das alles richtig geil. Weil dann wäre das überhaupt kein Thema. Und dadurch, dass das immer automatisch ein Mord ist... Oh ja, das ist ein neuer Scheiße, ja. Ja, das sind halt auch 128 Elexid, so pro Typ hier quasi, ja. Das andere Blöde ist, auf der anderen Seite wiederum... Dadurch, dass die nicht sterben, kann ich kein Elex rauszuschen. Oh, Junge, ich hasse das. Das ist das dritte Blöde, dass du nicht wenigstens die Waffen booten kannst. So, sehr großer Elexidbeutel, Gefangenenbericht. Gefangener Nummer 13 musste mit 30 Schlägen durch den Schmerzstock zurechtgewiesen werden. Grund nicht, Gehorsam und Langeweile. Lieferung neuer Gefangener Nummer 35, männlich, kleine und schwache Statur, ehemaliger Outlaw, mit viel glücklich langem Leben. Nummer 36, männlich, groß und robust, mittleres Alter, auf dem Pass nach Ignaton aufgegriffen, mit dem kann man schon eher was anfangen. Wir haben den Neuen ihre Wertsachen abgenommen und wie immer in den Tresor gelegt. Außerdem wurde der Code geändert auf 0815. Nummer 8 ist bereit für seine Rekrutierung als Krieger. Erstens, Verteilung konnte erneut nicht vorgenommen werden. 0815, nice. Äh, 0815, zack. Geht doch. Nice, nochmal Elexbeutel. Siehst du, allein dafür lohnt sich das ja schon. Komm her, Bursche. Nee, hab jetzt kein Bock, mein Freund. Komm her, Bursche. Nee, nee. Ich gehe nachher lieber zu Irena und büße meine Sünden für 50 Schlitter. Komm her, hier in der Ecke zu campen ist doch nicht so geil. Alter Junge, hab doch gesagt, dass es nicht so geil ist hier in der Ecke zu campen. Ach, du Spinner, ey. Das wäre halt auch eine halbe Stunde wieder Brauche, ey. Okay, gut, egal. Wir haben genug Stunt gemacht. War schon ganz lustig. Vor allem, das lohnt sich leider halt auch. Aber ja, okay. So, Hetzer, Kurator. Okay, endlich mal wieder eine schöne, fette Killquest. Ach man ey, schön. Das freut mich sehr, dass das RPGs einfach auf das stumpfe Töten von allen Wesen reduziert wird. Kann ich den mal markieren? Kann ich den mal markieren? Kann ich den mal markieren? Dawkins hat schon so oft seine Willenstärke unter Beweis geschaffen. Wie auch immer, wir werden sehen, ob der Ende tatsächlich schlecht behält. Triff jetzt. Oh Junge, trifft mal, bitte. Das wäre so nice, wenn das Kampfsystem so ein kleines bisschen einfach komplexer wäre. Wenn man auch irgendwie Modifier hört, um den Kälteschaden zu erhöhen und solche Geschichten halt, weißt du? Kann ich nicht mal angreifen, weil das einfach noch die Tutorial-Gegner sind ey. Gut. Bist du angepasst eigentlich auf mich? Willst du mich nochmal angreifen oder ist das egal? So ja, sehr gut. Nice, geile way. Jetzt sind wir langsam in dem Level angekommen, wo wir einfach alle Leute umkloppen können. Das Schöne ist, in diesem Game gibt es einfach keine Konsequenzen. In Anführungsstrichen schön. Wie gesagt, mein Idealismus sagt mir ganz schön Schmutz. Das habt ihr vor 22 Jahren schon mal besser eingekriegt. Na gut, wer bin ich schon? Das ist halt hier, ne? Das ist halt einfach das, wie die coolen Kids das heutzutage halt so machen. Und auch cool finden so, ne? Ist ja okay. Okay. Ach, was geht? Ihr kommt da alle schon her, oder was? Okay. Pass auf, pass auf, pass auf. Pass auf, erstmal kennen wir da her. Komm, pass auf die. Erstmal kennen wir die da. So, ja. Pass auf. Ich weiß, ihr wollt mir jetzt mich angreifen. Das könnt ihr auch gleich alle machen. Pass auf. Aber ich hab ne richtig geile Idee. Ihr kommt mal alle mit. Ja? Pass auf. Wir treffen uns gleich hier vorne an der Ecke. Na komm, alle mit. So, hier gibt es gleich richtig Blizzard-Action. Das sag ich euch. Hallo? Oha. Kannst du auch mitkommen? Danke. Da oben ist noch ein Vieh. Das kämpft hier noch rum, ey. Moricon noch. Das sind noch Random-Obs dazwischen. Hier. Ich helfe euch mal ein bisschen. Habt ihr die Typen getötet, ey? Hallo? Ich kann gar nicht so viele Pullen, oder was? Kommt mal her hier jetzt. Was bist denn du da für einer? Du bist ja richtig krass aus. Kreator, oder was? Komm her. Schön, schön. Kurator. Kurator. Alles wieder. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ähm. Ah, geil. Schön, ey. Schön, ey. Weißt du ja, wie wir mich nur angreifen? Gleich noch einige, wahrscheinlich, ja? Man braucht halt immer so ewig, bis ihr das trefft, dass ihr mich angreifen wollt, irgendwie. Wird dich mal alle gleichzeitig herkommen? Dann treffen wir uns in der Mitte und dann... So, du hast mir wehgetan. Alter, die haben da eine Fliege gekillt. Das bedeutet, die haben die XP geklaut. Bremden, ich glaube, die haben die XP. Die Hetze haben wir sogar schon. Ne, haben wir noch gar nicht. Fünf, boah. So, komm her hier. Tach. Patsch, 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 patsch. Sprühkäse. Los, hier. Jetzt haben wir den Brocken dunkles Elex voll. Da geht nicht so ein Lager an. Wir haben auf Herzen, damit wir drin haben irgendwo. Das wäre geil. Also, 20, 30, so B am Herzen. Das wird mir richtig gut gefallen jetzt. Hallo? Da liegt eine Leiche rum. Was haben wir hier noch? Da liegt auch noch eine Leiche rum, wa? Zack. Alter. Oh. So, die drei sehen, wa? Ja. Wie schnell der hat auch Akku verlieren, irgendwie. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so eine Art Balance im Grunde hat. Von wegen, es können nur maximal so und so viele Gegner Akku haben, gleichzeitig oder so. Ich meine, was ja erstmal sinnvoll ist, ja. In Gothic 3, wenn man daran so zurückdenkt. Weil das ist ja wirklich so, da hat dann irgendwie das ganze Dorf halt irgendwo gehabt. Dass da irgendwie 20 Orks um mich rumstehende hat, die, die da im schlimmsten Fall noch alle gleichzeitig auf dich rumknüppeln. Das ist natürlich alles eher super, wenn ich mal war. Ich kann jetzt manipulieren Gerätschaften unserer alten Welt. Wer weiß, was sie damit anstellen, wenn wir sie nicht daran hindern. Oh, das ist so ein Dings-Ekel. Der hat, glaube ich, kein Herz auch. Nein, ich habe kein Herz. Alter. Das ist so nice. Ich weiß auch nicht, was es ist, ey. Links-Klick-Spam macht halt manchmal auch einfach Spaß. Und fühlt sich halt so schlimm. Das ist jetzt so ein bisschen aber effektiv. Ja, das ist so nice. Jawohl. Keulich in den Berg treu. Hier habe ich schon mal noch mehr Quests da. Also gab es da irgendwie eine Quests auch wieder drumherum, schauen wir mal. Keine Ahnung, was das für eine sein soll, aber hey. Soll mir alles recht sein. Umso mehr Quests ich abschließe, umso schneller... ...es den Commander. So schneller es den Commander gibt, umso schneller würde ich wirklich... Wenn wir Commander sind, dann kann basically das gesamte Gegrinder... ...mehr oder weniger aufhören, weil dann können wir wirklich... ...wahrscheinlich die Hauptstory einfach durchballern. Am Stück, weil dann müssten wir halt richtig stark sein. Ich bin jetzt da schon viel zu stark eigentlich. Oh, Junge ey. Oh, dann noch mal mehr. Alter. Vor allem, ey, vor, was weiß ich... ...zwei oder drei Streams oder so, waren das halt noch Viecher. Da haben wir irgendwie so 20 Schläge für gebraucht. Das sind alles Vieh. Mussten irgendwie vernünftig ausweichen und was weiß ich nicht alles. Und jetzt halt so... Ach, naja, eigentlich... Ach, was soll der Geist? Weißt du irgendwas? Das hat Agro gezogen, ja. Hä? Welche Viecher sind da? Die wirklich... Ach, das sind drei Viecher sogar. What the fuck? Was ist denn da oben? Vier, fünf... Hä? Was geht denn da ab auf einmal? Was ist denn das auf einmal für ein... ...Fuckboy-Squad, ey? Oh, das Partitenlager. Geil. Hallo, Freunde. Na? Oh, hallo. Jetzt geht's auf die Fresse, oder? Das wird zu laut sagen. Wollt ihr mal herkommen? Oh, geil. Kommt alle runter hier. Ja, komm. Runter, komm. Runter, komm. Kommt alle her. Ich möchte mir Blizzard jetzt hier nicht verschwenden, okay? Pass auf. Hier, guck mal. Ich stell mich jetzt hier hin. Guck mal, dann könnt ihr mal kurz zugucken, wie das so anfühlt. Ist es ein bisschen kalt jetzt, ich weiß. Flatsch. Okay. Wollt ich mich schon. Kommt dann auch hier an, der Mitte Power, und dann... Brrrrrr. So, schon mal drei weggesapt. Oh, treffe ich wieder nicht. Geil. Schön 300 XP. 400 XP knapp. Pro-Bahn-T-Day. Schön, schön, schön. Geil. Oh, siehst du, was wir unbedingt noch machen müssen, bevor wir durchgespielt haben, das darf ich nicht vergessen. Vielleicht mache ich das heute auch noch gleich. Wir sind ja gerade so in einem Level-Fever hier. Fever sind wir die ganze Zeit, irgendwie, glaube ich. Aber ja, äh... zum Leuchtturm gehen da unten. Also, da gibt es garantiert einen Leuchtturm. Da unten muss es auch einen NPC geben, der Jacker ist. Sie den nicht drin haben, ey. Dann ist aber... Ey, ey, ey. Den... rufe ich bei Pyrania-Bilds an. Sag den so, ey. Was wird denn das? Wenn es fertig ist. So, hack das mal. Größer, kleiner, größer. Also, neun ist größer als... Zwei. Zwei ist aber größer als... Eins? Äh? Ach so. Ja, 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 richtig. Zwei ist kleiner als drei. Aber drei ist wiederum größer als null. Ja, das ist richtig. Okay. Äh, so. Neun haben wir schon mal drin. Neun ist größer als null. Ist kleiner als sieben. Ist größer als fünf. Okay, haben wir das schon mal. Jetzt haben wir... ein bisschen die Arschkarte. Null kann nämlich kleiner als alles mögliche sein. Zwei ist größer als eins. Okay, ach so. Okay, jetzt ist halt Rätsel. Also, Glück einfach. Das ist natürlich nicht so gut gewesen. Aber zum Glück ist das System nämlich sehr, sehr gut. Dass ich alle Zahlen vergessen habe. Was war's? Neun, null. Acht. Vier. Neun, acht, ja. Neun, acht, sechs oder was? Ja. Geht doch. Einfach. Ja, ich mein, gut. Das Ding ist halt so schlussendlich. Also ja, man kann jetzt natürlich meckern und sagen, äh, das gibt aber gar keinen Sinn. Das ist ja voll blöd, das einfach irgendwie mehrfach zu probieren. Bla, bla, bla. Aber ich mein, die Realität ist doch ganz einfach. Wenn man es nicht geschafft hätte, hätte man halt neu geladen und hätte das Ganze dann nochmal probiert. Weil, na. Naja, war ja schon immer so. Auch in Gothic damals. Oh, hast du das Schloss nicht knacken können? Oder Dietrich ist abgebrochen? Alles klar. Rätst du nochmal neu. Und das sind im Endeffekt auch keine Konsequenzen daraus. Also, ja. Daher, mein Gott. Hast dir halt einmal einen Neuladen gespart. Also, ist ein... Ist ein, äh, Gewinn für mich. Ist okay. Kann ich, kann ich mitleben. Boah, nice. Das mit dem Treibstoff, das fühlt sich, äh, fühlt sich echt langsam. Also, wird echt langsam krass, so. Wir haben jetzt ja schon irgendwie über die Hälfte reingeballert. Gefühlt kann ich immer noch nur so vielleicht 5 Sekunden, also maximal, glaube ich fast schon, äh, vertikal fliegen. Tieren, Viecher lohnt sich ja gar nicht mehr. Willst du ja garantieren, das ist ein Oger, oder was? Echt, das nüscht einfach, oder was? Komm. Ach, komm. Hier ist echt nüscht, oder was? Ich hoffe, dass wir so ein kleiner Ohr machen. So, gut, komm. Alter, kurz zur Löhle ab, geil. Boah, so kann man 500 XP noch. Das sind zwei Viecher, oder so. Geil. Okay, Nasty. Wir sind, es macht das alles cool. Das ist alles Hauptmission, naja. Elexration für die Kollektoren, Pflichten eines Troopers. Ja, komm, hier, passt auf. Dann machen wir das einfach mal ganz cool. Wir gehen da unten die Küste mal lang. Ich glaube, hier vorher, hier war, glaube ich, irgendwie der Dings. Äh. Der Leuchtturm. So. Da gab es vor allem halt auch sehr viele starke Viecher. Das war einfach Richtung Süden. Und da unten gab es dann noch diese extra Vereinigung irgendwie. Die ja irgendwie sich so ein bisschen losgelöst haben von den... Siehst du, da hinten ist ja doch schon. Von den Berserkern, glaube ich, würde ich fast sagen. Wenn wir so im Hochfliegen, das ist ganz geil. Also vertikal fliegen, fährt es ganz gut. Wir sind schon schön lange durch hier. Siehst du, wir können auch mal zu Astrid dann irgendwann. Wir müssen die ganzen Ledersachen noch, können wir noch verkaufen. Hier ist die Astrid, ich glaube schon. Das ist das hier alles Geile. Es kommt alle her hier. Hallo? Na ja, okay. Na ja, okay. Na ja, Moment. Das ist wirklich so. Da können wir nicht alle her, okay. Das ist gut. Ah. Dann habe ich gequicksaved. Natürlich erst da hinten. Oh, mein Haar, ne. Ich spürte da. So. Junge. Lass dir nach hinten. Lassen und schreiben. Was? Nice. Oh, Mann. Mittlerer Helix-Trank. So, Freunde. Ja, ist gut. Ah. Jawohl. Oh, da ist Trepp schon. Geil, Mann. Geil, geil, geil. Erstmal fix den Trank. Das ist so vorgestellt, wa? Das gehört, da kannst du uns einfach mal wegrasieren, oder wat? Oh, alter, geil. Die Viecher droppen ja Elex ohne Ende. Das fällt mir jetzt... Fällt mir grad jetzt erst bewusst so. Das fällt mir jetzt erst so das erste Mal so richtig auf, so. Das bedeutet, dass ich die hier alle... Die werde ich mal sowas von weg snacken, hier die ganzen Viechers. So, was haben wir noch so schön, dass... Oh, hier ist noch ein Teleporter. Ja, wir haben noch gar nicht erinnert. What the fuck? Bist du da oben? Okay. Ist gestorben. Warte, schüsse Feuerbälle. Okay. So, wir sind übrigens Level 30 geworden in der Zwischenzeit. Meine hätten natürlich nur zum Leuchtturm gehen. Okay. Wie gesagt, in der Hoffnung, dass wir dort einen Jack treffen werden. Wehe, wenn nicht. Wehe, wenn nicht. Wehe. Komm her, hier. Komm her, du Flugscheiße. Ich kann dich hier nicht retten. Das müssen. Komm her. Ah. Gut. Komm her. So. Gehen wir dich. Oh, da drüben ist ja auch noch XP. Wahrscheinlich ohne Ende. Oh Gott, da unten war ich noch nie. Oh fuck, 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 fuck. Ach, scheiße. Nein, ich will da gar nicht runter. Scheiße. Aber jetzt ist es wirklich kacke. Ach, Mann. Ich dachte, ich bin so richtig cool und gleitet einfach... Gleitet einfach rüber. Legt erstmal seine Arme, seine Arme macht mir eine Schulter. Na, komm. Oh, das ist aber süß, da. Warte, wenn wir mal kurz hingehen. Zwei Baumstämme. Äh, ne, mit zwei Bänken sogar. So Hausnummer einfach. Oh, das ist aber schön hier. Oh. Chillste hier. das ist da hinten im baum fällt da runter leute sterben und schreien schön doch da fühl ich mich gleich ein bisschen wohler das ist ganz genau mein freund da unten unter dem stein hallo hallo trifft doch noch bitte noch einmal sehr gut so durch schon werter jack ich komme ich weiß du hast schon ewig auf mich gewartet ich glaube da unten gibt es garantiert noch so richtig viele geile krasse ultrafiecher da freue ich mich schon drauf die werden wir alle noch weg kloppen ja das ist doch mach dir keine sorgen in den letzten monaten habe ich mir viele gedanken um mein leben gemacht so wie es im moment ist kann es nicht weitergehen jeden tag dieselben gesichter dieselbe arbeit der man nachgeht ich bin zu dem entschluss gekommen dass es so nicht weitergehen kann neue menschen kennenlernen unbekannte orte entdecken das ist es was ich jetzt möchte wie lange ich unterwegs sein werde kann ich nicht sagen mag sein dass es ein halbes jahr wird womöglich noch länger äh auch länger bis auf das nötigste zum überleben lasse ich die meisten klamotten hier meine notizbücher werde ich auch mitnehmen ich muss ja aufschreiben was ich alles so erlebe es wäre lieb von dir wenn du ein wenig acht auf alles geben würdest das haben wir an elex 2 ich weiß gar nicht mehr genau wie das war aber man konnte ja noch einen zweiten äh typen finden der den man hier absetzen konnte sozusagen den das hatten wir auch gemacht im ersten teil der ist dann mal wieder abgehauen und los die dinge sind doch hier nicht umsonst oder oh das könnte auch eine oh ja mal gucken damit wäre ich auch zufrieden lass dich nochmal fallen bitte nein lass dich fallen hier im kreis laufen wir immer naja oh wurde eines zirchengeländes cool rezeptdrang des magiers Löffel schön tschung mal sie fallen tröllschnitter was ist das denn oh Junge ey Alter mach doch den Moment nicht kaputt jetzt vermute fast steht dazu da was da Stahl wurde im Trollblut gehärtet aber geil ey eine Blitzwaffe mir gut vorstellen mir gut vorstellen dass das der gute Jack war der sich dann irgendwann wahrscheinlich selbst umgelegt hat oder so ich bin das irgendwie mit einem Trollschnitter eine sehr unkonvent Junge ey Mann sei doch einmal nicht der größte Klonk der Welt ey gut kein Jack ich bin enttäuscht trotzdem pfff Alter ich bin da hinten hinten ich bin da hinten Skipp oder so ist der Skipp? doch ich müsste Skipp gewesen sein ich bin nicht gut genug stimmt warte mal aber ich bin hier doch gut genug gab es nicht irgendein Ding womit ich mir einmal hier das hat noch plus eins schon lange nicht mehr gemacht das war wohl nichts äh so ja jetzt schade auch keine Notiz oder so mhm ist so schön gemacht hier der Ort ich hab mir gerne noch eine kleine Info gewünscht irgendwie wer hier vielleicht mal gehost hat oder so oder sogar Gold ich weiß halt immer noch nicht so genau ich hab hier nie gecraftet auch im ersten Teil nicht ich frag mich ob das echt so ob sich das vielleicht sogar lohnt und so dieser ganze Bergbaukram also was man damit überhaupt machen kann und so mich eigentlich auch mal interessieren ne da kommen wir nicht direkt hoch na komm wir sind schon wieder hin ey hier oben waren da diese Banditen auch mit drin die haben wir hier gewohnt und sowas oh fuck naja naja mach mal das Gegenmittel mach mal schade nicht mal eine Notiz irgendwie so als überbleibst du von wegen ey ich weiß nicht, das ist doof oder so keine Ahnung also manchmal aha weißt du, wenn das halt schon diese Elex 1 Orte sind so würde ich mir da manchmal so ein bisschen wünschen dass da so ein bisschen was über den Verbleib der Leute steht oder sowas oh man naja gut naja gut ich will jetzt hier nicht den ganzen Strand leer dreschen hatte ich die Frage ob sich das so lohnt ja auf der anderen Seite war irgendwie noch so eine Höhle auf jeden Fall und da hinten ist ja dieser riesige Bortum da saßen wir irgendwie die ganze Session damals dran bei Elex 1 oder seitdem immer moderat schwierige Viecher waren da hat immer Mensch ey Junge ne hab grad gedacht ich hab da was gesehen ich glaub das war nur so ein Anzeige Bug gerade den ist auch noch so ein Zelt aber bisher gibt es hier nicht mal krasse Viecher ja im ersten Teil waren ja hier unten so richtig fette Viecher auch aber ich glaub auch eher auf der anderen Seite also wer weiß und auf der anderen Seite war auch diese komische andere Höhle wir sind ja jetzt scheinbar nur irgendwelche kleinen Viecher da hätte ich gern noch so ein richtiges BMOV Vieh oder so die Tür trifft da wieder nicht Junge der trifft bitte natürlich hier verpestet mich noch komplett mit seiner Pisse ei 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 so da oben haben wir noch irgendwas wo das ist und Banditenlager oder was ist hier holy shit hier sind ja richtig viele Gegner die ganze halbe Karte ist rot die ganze halbe Karte aber stimmt ja richtig das war im ersten Teil ja auch so diese ganzen Türme hier die waren ja voll mit irgendwelchen Gegnern und dann gab es doch hier diesen geheimen gab es war das hier sogar auch hier oder da oben oder so diesen geheimen diese riesige Höhle da mit den 1000 Leuten drin auch und uns auch schön durchgemetzelt haben dann das waren auch EXP ohne Ende ja WTF was bist denn du gegen ein Harpier hier oder was was bist du da noch ein fetter nachter ahja schön so 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 Treibstoff geil ist immer das schönste wenn man an neuen Orten ist da gibt es immer keinen äh ist immer die Chance sehr hoch dass man da noch mal wissen was an Treibstoff findet so ihr kloppt euch da drüben mal und dann geht mir das komische Fliegefieder nicht auf den Keks das ist ganz gut Großer Elex tragen Schicken sie ein Team zum Haupttor Die Straßen müssen umgehend geräumt werden Wir erwarten in wenigen Stunden eine wichtige Waffenlieferung falls die Anweisungen von der Bevölkerung nicht befolgt werden sind härtere Maßnahmen zu ergreifen die Waffen werden umgehend eingelagert der Gottfellikist lautet der Gottfellikist lautet 8472 8472 8472 Geht doch Oh was war das von der Dings? Schlösser knacken und... Na gut komm Rüstung ist eigentlich geiler also Schlösser knacken ist generell auch ein bisschen geiler 20 Leben bringen wir gefühlt irgendwie gar nichts bin so oder so war nicht Mann ey ich will noch schnell Commander werden hier aber es... bin schon wieder im Erkundungsloop hier drin Rett hier Ach da steht irgendwas lustiges drauf oder so E-hut komm hat er das hier ge... Ach so ja das... der hat es schon gekeilt hier Ach, ach du bist mir eigentlich egal du bist wie gesagt das ist ätzend gegen diese... ganzen Flugviecher zu kämpfen Scheiße. Was ist das hier oben, ey? Er hat tausend schöne Kasten B hier oben hinstellt. Nice, ey. Alles richtig gemacht, der Jute. Na gut. So, warte mal. Mal ganz kurz. Komm, das hat doch bestimmt nicht so weh. Da drüben waren ja damals diese Dings. Dieses extra Lager, weil die da irgendwas abbauen wollten. Das hat schon mal nicht ganz so gut geklappt, was die da vorhatten. Oh, da muss ein Teleporter. Ja, will ich mir auf jeden Fall noch holen. Ah, das ist glaube ich nur ein Nachturge, oder? Nee, oder? Das ist sogar so ein Urtier. Dann könnten wir da noch mal einen Trank draus brauchen. Ach, da haben wir noch mal dat alte Fabrik, genau. Wo bist du denn hier? Ahja, du bist doch ein anderes Fee als ich dachte, oder? Unheil, Alter. Scheiße, ich muss mal Scheine umgucken. Ich glaub mal nach oben, dann wären wir bei Commander nicht richtig, Alter. Ist doch schon spät. Das ist ja bestimmt noch. Komm, heil dich, heil dich, heil dich. Du hast keinen Heiltag mehr im Biss. Müssen wir den Sohlen kriegen. Das ist doch so kackig. Das ist immer schön in Ruhe kämpfen jetzt hier. Sehr gut. Sehr gut. Schweres Leder. Es ist so neustisch, geil. Und das noch, sehr gut, geil. Oh, das noch. Oh Gott. Okay, den noch. Und dann. Und dann aber. Und dann, aber dann. Ja, in der ganzen Stadt. Typ Shandy. Typ Shandy. Typ Shandy. Typ Shandy. Oh. Oh. Wasserplanschen ist aber echt minimal laut. in denitas. still. also. Fertig. Ahí. Oh. Das ist doch irgendwo. Ich bin. Ich bin. Ah, Aua. Mit sehr gut. Richtig geil, trinken Chili. Richtig Schloss knacken. Wie im Real Life einfach. Aber krrrr. Ich brauch was, was innen drauf hat. Das scheint hier so ein richtiges Anfänger-Ding-Gebiet zu sein. Also ein richtiges Startgebiet quasi. Wir sind halt echt keine krassen Sachen definitiv. Also bisher zumindest. Vielleicht ist das hier ja noch mal zwischendurch ein bisschen anders. Aber ja. So, Attribute. Erstmal ganz viel Gerissenheit. Geil, 44. Ich glaub, 44. Ich war 13,5. Sie ist Margareta. Und war auch manchmal so zart wie ein Kalb. So, wir brauchen aber hier noch zwei Punkte, damit wir hier gleich das noch skillen können. Also wir brauchen nur einen Punkt. Und dann doch, also zwei AP brauchen wir noch, genau. So, aber erstmal, wir werden Commander. Neue Rüstung. Die beste Rüstung. Oh, mein Nacken. Oh, mein Nacken. Schon wieder, ey. Ich bin irgendwie dauerhaft ganz schön verdreht, ey. Ich kann auch nur, was ich da angestellt hab schon wieder. Wo ist denn hier los? Eh. Ach, ihr wart. Ihr seid nur das Scout-Trupp hier. Ist gut, dass ihr da immer noch steht. In Reihe und Glied. Stehen sie in Reihe und Glied. Atmen den Hauch des Todes. Wie ist sie denn? Achso, sie hat das geleitet, glaub ich. Nämlich egal. Hier. Ich bin bereit. Dann nenne mich zum Commander. Dann lass mal sehen. Commander. Die Analyse deines Bewegungsprofils hat reichhaltige Daten zu Tage gefördert. Deine Problemlösungsrate ist der Start. Von der will ab. Geil. Die Frage der ausreichenden Erfahrung stellt sich somit nicht mehr. Und mein Wohlwollen habe ich dir bereits zugesichert. Unterm Strich widerspricht nichts deinem Antrag. Glückwunsch, Commander. Wie ich dich einschätze, bist du daran interessiert, deinen Schutz zu optimieren. Deshalb gestatte ich dir den Zugriff auf Waren der Klasse 3. Such Askel auf. Den Weg kennst du ja bereits. Gut. Welche Aufgaben soll ich übernehmen? Mach dort weiter, wo du aufgehört hast. Du bist ein Spezialist für Außeneinsätze. Es wäre ineffizient, dein Augenmerk auf etwas anderes zu richten. Dort draußen gibt es noch genug zu tun. Du wirst eigenständig ein Lagebild erstellen und dort aktiv werden, wo ein Einsatz sinnvoll ist. Versuch stets, im Sinne der Direktive zu handeln. Das ist der einzige Befehl, den ich dir in den Weg geben werde. Wegtreten, Commander. Geil. Geil. Ich bin mal gespannt. Kriegen wir bestimmt noch so 10k Gold oder sowas? Kriege ich bestimmt noch. Außer aus den Sachen, die wir jetzt noch so gesammelt haben. Komm. Boah. Komm. Los. Okay, alles klar, wir sind ja schon bei 20k, gerade die erste Kategorie. Also noch nicht mal die erste Kategorie durchgeklickt gerade. Jut. Keine Ahnung, was Schwumi da hat er, ey. Gold ist ja mal gar kein Thema. Ja, weg damit. Geh, das ist mal synchronisiert. Ne, doch nicht. Schade. Einversetzt. Was sagt die wollte ich immer, ich bin immer noch nicht sicher, ob das irgendwie denselben Wert hat oder nicht. So, nice, fast 30k. Elexbeutel können wir noch auspacken. Wir können da noch irgendwie für wahrscheinlich so ein paar K noch die ganzen Lederteile verkaufen. Ah fuck, ich hab wieder irgendwas verkauft, was ich nicht verkaufen wollte. Im Bild glaube ich. Und ich glaube diese ganzen Servomotoren Geschichten, die können wir nämlich auch noch irgendwo eintauschen. Aber da bin ich mir nicht entirely sure. Hier genau, das Bild nehme ich nicht. So. Stahlnetz, einhändig, zweihändig, sehr gut. Sehr guter Alphelm, 6k. Sehr gute Alprüstung, 30k. Na gut, ja. Und dann müssen wir gucken nochmal 9k. Da. Ah ja. So schön. Das bleibt aber alles so. Zack. Ähm. Können wir unsere alte Rüstung gleich noch verkaufen. Wo ist meine Rüstung? Zack, zack, zack. Geil. I am the Commander. Ich bin jetzt hier der Commander, mein Freund. Tja. Hab ich das jetzt richtig verkauft? Das war noch so als neu markiert. Ja, tatsache. So, nochmal 5k zurück. Also quasi irgendwie 5k oder sowas hat die Rüstung gekostet. Sehr nice. Dann können wir einmal, also nochmal weiterhin Gerissenheit skillen. So und jetzt ist halt die ganz große Frage. Wir können jetzt einmal gleich Gerissenheit auf Stufe 50 bringen. Das werden wir gleich nochmal machen. Dafür brauche ich ein AP noch. Das werden wir definitiv mal kurz brauchen. Aber meinen brauche ich gar nicht brauchen. Habe ich hier noch. Zack. So. Dann können wir nämlich einmal Lone Wolf skillen. Und einmal... Das können wir noch nicht skillen. Also können wir gar nicht skillen quasi. Äh. Lone Wolf können wir skillen. Das ist sehr gut. Und wir können das auf jeden Fall auch skillen. Lehrer für Attribute. Das werden wir nochmal markieren. Äh. Kürung aufheben. Genau. Sie ist ja Lehrer für Lehrer quasi. So. Tag. Mehr bringen wir es bei. Bam. Ähm. Ja gut. Vielleicht kommen wir da nochmal hin. Äh. Das wird ja dann doch schon wieder. Zappelt das so rum. Jetzt kostet es halt... Ah ne es kostet immer noch 2. Hier kriege ich nicht gleich den nächsten. Das nächste Mal den skillen. Ja. Ich würde das nächste Mal machen. Spray. 65. Das ist aber ganz schön hart dann. Dann müssen wir da nochmal schauen. So. Erstmal das ist ganz gut. Ah. 60. Sie ist 60 brauchen wir auf jeden Fall. Also können wir vielleicht auch 60 gehen. Können wir mit 60 hier nochmal skillen nehmen. Tun wir jetzt hier erst. Also 60. Gerissenheit. Zack. Dann können wir nämlich einmal Lehrer auf Karte markieren. Und wo ist Astrid? Können wir gleich unser Shit verkaufen. Und sie ist gilt glaube ich auch gleich 6. Sinn. Ach komm. Das ist nicht... Das ist da nicht markiert wird. Weißt du? Oh siehst du. Wir müssen dann hinterher nochmal kurz zurück. Und ähm. Alter Usi. Wir sind nicht im Schlafen. Schon um 1. Scheiße ey. Oh. Ich wollte auch noch. Mal ein bisschen länger schlafen hier. So. Komm her Astrid. Ey. Jetzt bist grad ausgestanden. Äh. Aufgestanden meine ich. Für dich. Für dich. Ich. Da fehlt noch was. Ja. Hier. 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 Da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Okay. So. Bringen wir es bei. Zack. Bam 70. Könnten wir da noch reinballern. Das wäre vielleicht auch nochmal ne Option. Sechster Sinn. Hörten wir das schon mal. Zack. Oh. 70 Ding. 70 Gerissenheit. Dann wäre eigentlich so mein Bild. So ziemlich komplett. Süß. Nicht wirklich. Er war gerade damit. Wir. Achso. Das ist nicht. Sehr gut. Ähm. So. Warte mal. Sollen wir ganz kurz schauen. Kommen wir denn irgendwie auf 70? Das kostet immer noch 2 AP. Ach. Weil mein Grundwert gerade mal so gering ist. Aber ich habe schon plus 5 Bonus. Oder was? Wie viel brauche ich? 70. Also nochmal 20 Attributpunkte. Das ist ganz schön viel. Die kann ich mir glaube ich nicht zurechtbrauen. Kann ich noch einmal eintauschen? Ich könnte nicht. Ah siehst. Guck mal. Da könnte ich einmal 5. Also einmal 10. Also 10 bräuchte ich glaube ich. Dann müsste ich es haben. 10 Attributpunkte. Ach. Kriege ich gerade so. Ich kriege 9. Mann. Leck mein Haar. Ey. Ich genau 9 kriege. Ey. Bescheuert. Na gut. Okay. Das ist dann aber für später unser Ziel. Das müssen wir dann irgendwann nochmal lernen. Und dann haben wir immer noch 2 LP. Ich brauche jetzt eigentlich nur noch 1 LP. Das war es dann eigentlich schon. Und mehr brauche ich dann eigentlich fast schon gar nicht. Mehr brauche ich dann eigentlich fast schon gar nicht. Tränke effektiver zu nutzen. Das ist mir eigentlich alles egal. Man könnte halt Schlösser knacken dann noch lernen. Das ist ein guter Alternativ Skill. Filescher und sowas. Das ist glaube ich alles egal. Und hier unten den Eulen. Ah. Siehst du das hier noch. Da müssen wir noch 3 mal Sachen rein skillen. Aber ne. Sonst ist das eigentlich egal. Brauche eigentlich nur genau. Hier noch den einen. Landpunkt. Und hier den einen. Das sind genau die 2 die ich habe. Ach. Kriege ich nicht irgendwie 6 Elex irgendwo her? Das ist echt ärgerlich ey. Dass genau das fehlt. Warte mal. Kann ich nicht noch Eingerissenheit als Trank craften? Natürlich nicht. Schade. Na gut. Äh. Ja. Dann merken wir uns das fürs nächste mal vor. Das einmal skillen. Einmal AP noch skillen. Und dann ist eigentlich gut. Ja. Dann können wir noch irgendwie skillen worauf wir Lust haben. Aber mal schauen. Wahrscheinlich halt Schlösser knacken dann am Ende. Oh. Oder das. Das wäre auch geil. Aber ne. Wobei. 20% grad mal. Naja gut. Egal. Wir gehen nochmal kurz zurück. Und äh. Lernen nochmal die restlichen. Oder geben nochmal die restlichen. Treibstoff Sachen aus. Und dann sind wir jetzt eigentlich. Wie gesagt. Dann können wir danach eigentlich die Hauptstory durchballern. Die dürfte dann eigentlich ein absoluter Cakewalk sein. Weil. Wir sind halt. Ultra strong. Haben alles. Äh. Fertig geskillt. Was geht. Das sind grenzliche Gegner. WTF. Fertig gesetzt. Und dann haben wir. Fertig gesetzt. Was ist das? Fertig gesetzt. ich gar kein damage mehr jetzt ich bin echt gespannt ja also ich meine bisher haben wir ja die stärksten viecher im spiel aktuell zumindest man wie gesagt das ist immer so pro kapitel kommen immer mal neue gegner zu scheinbar junge mann weil ich doch einfach mal nicht wie der letzte depp na gut okay alles klar die können wir auch beim nächsten mal ok gut dann würde ich sagen war es das für heute und ja halten wir das gleich so im blick weiß gar nicht ob ich das immer gemacht hier mit session irgendwas ja hier akt zwei jedoch habe ich immer gemacht ja commander 6 und wie gesagt danach einfach story durchballern gerade wieder wach verdächtig kann es ja anmachen jetzt dann kann ich einen habe ich war zum einpennen genau müssen wir beim nächsten mal scheinbar ist es so ein bisschen so dass die hauptmissionen über die gefährten abgehandelt werden was ich denn ja auch bekloppt finde weil ich Klonwolf geskillt habe jetzt aber ja ich weiß nicht ob ich gibt es hier eine markierung dann das ist nur die markierung und hier ist Adam vielleicht kann ich mit Adam nochmal so reden und dann hier knallharte überläuferin ich nochmal mit Nasty irgendwas machen ja können wir beim nächsten mal dann machen dass wir dann beim nächsten mal wirklich die hauptquests durchballern weil wir haben jetzt die albquest line haben wir jetzt komplett fertig da können wir nichts weiter mehr machen und ich habe jetzt alle sachen geskillt außer halt einen punkt oder zwei punkte quasi ja also ein punkt im endeffekt weil der andere ist nur so ein hilfs skill der einen lp gegen zehn attributs punkte umtauscht haben wir soweit das bild eigentlich in dem sinne fertig und der rest kann hauptstory dann sein genau müsste bald geschafft sein